Hi, I'm Don Rosa, from the Life and Times of Scrooge McDuck, and you are listening to the Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker! Ich bin ein Andi und ich begrüße herzlich in der Runde den Andi, den Breedstorm und den Patrick. Moinsen! Servus! Hoi! Moni! Jungs, es ist geschehen, es war wieder so ein heiliger, ein ganz wichtiger, ein besonderer Moment in der Geschichte der Comic Cookies, denn wir vier sind alle zusammengekommen und haben uns getroffen bei einer Veranstaltung, die man in Deutschland kennt, wenn man Comics mag. Wir waren nämlich beim Comic Festival München des Jahres 2023 und sind ja wirklich schon im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder zusammengekommen. Es gibt tolle Fotos, liebes Publikum, wenn ihr euch das anschauen wollt, folgt uns auf den sozialen Kanälen eurer Wahl und wir haben uns überlegt, bevor wir heute in Medias Res gehen und uns über die Comics unterhalten, so wie wir das immer so tun, wollen wir erstmal über zwei Veranstaltungen sprechen. Und vielleicht fangen wir einfach mit der an, wo wir alle was zu sagen können. Wir waren in München beim Comic Festival. Wie hat es uns denn so gefallen? In welchen Erwartungen sind wir da angerückt? Ich weiß nicht, Patrick, vielleicht magst du mal anfangen. Es war dein erstes Mal in München, oder? Es war, wie man es von mir gewohnt ist, meine ganzen Zuggeschichten. Die Zugfahrt war natürlich wieder arg beschwerlich. Es hat zehn Stunden gedauert. Ich konnte 90 Minuten quasi in der Stehposition verbringen, weil der Zug immer mehr vollgequetscht wurde. Und als ich dann in München endlich angekommen bin, bin ich wirklich in schönes Regenwetter reingeraten. Also musste ich erstmal die Klamotten trocknen. Und ich habe es geschafft, auch immer wieder in München in den Schienenersatzverkehr zu geraten. Also der ist mir weiterhin von Hessen durch Bayern gefolgt. Ja, und am letzten Tag ist es dann auch noch passiert, dass in diesen Hoteln, in dem ich war, sagen wir es mal so, die Leute haben sich da am letzten Abend durchgejodelt. Und danach sind sie kalt duschen gegangen. Also ich habe da richtig gut geschlafen, wie man von so einem Festival gewohnt ist. Aber an sich war es die Strapazen wert. Ach, und zwischenzeitlich bin ich mit Nils Ostkamp und seiner Frau zu einem Treffpunkt gefahren und wir sind in eine Demo reingeraten, wo dann der Andi Papelitzki sich Lustig gemacht hat. Ja, dass du mit Nils Ostkamp in eine Demo gerätst, das ist ja mal kompletter Zufall. Das passt ja so gar nicht zu ihm. Aber er hat so eine Art lustiges, seltsames Sightseeing gegeben. Also er hat dann erzählt, siehst du das Haus hier? Ja, da hat sich Hitlers Tochter erschossen und so. Solche netten Sehenswürdigkeiten habe ich dann mit Nils Ostkamp beim etwas anderen Sightseeing dann noch gesehen. Es war wirklich eine schöne Erfahrung, trotz der Bahnstrapazen. Ach Patrick, du bist immer lustig. Deswegen mag ich es einfach, was du so erzählst. Ich frage dich, wie dir das Comic-Festival gefällt. Du erzählst mir irgendwas von deinem Hotel und irgendwas von Dude mit Leuten und einer Demo irgendwo in München. Das ist alles voll cool, aber vielleicht willst du uns auch noch erzählen, wie uns das Festival aus deiner Sicht gefällt. Ja, natürlich. Ich habe nur gemeint, das waren so die Strapazen, aber das Festival an sich, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir haben viele Hörer, Verlage und Künstler kennenlernen dürfen. Es war jetzt nicht ganz so spontan immer wie in Erlangen, aber wir haben da trotzdem einige richtig legendäre Abende gehabt. Organisatorisch haben wir auch ein bisschen was mitgenommen an Zeichnungen, an Social Media Sachen und natürlich ein paar nette Gruppenfotos. Mir hat nur beim Comic-Festival in München so ein bisschen die Kommunikation gefehlt, sowas wie so ein Ticker, dass man dann informiert wurde, okay, die Signierstunde wurde abgesagt. Da wurde jetzt was verschoben, diese Lesung fällt aus. Irgendwie sowas wie so ein Infofread oder so, wo man dann regelmäßig schauen konnte. Das wurde ein bisschen an Zuschauer vorbeikommentiert. Auch, dass die Leute, die selber vom Ecom Award sind, dass die teilweise nicht wussten, was da verdienen wurde. Es hat schon für mich gesprochen, dass das ein bisschen chaotisch war in der Info-Ausgabe oder dass das ein bisschen zeitverzögert kam. Ja, da war jetzt ja viel dabei. Ich meine, Breedstorm sieht das eigentlich bei dir aus. Du hast ja München, glaube ich, schon mal miterlebt. Wie vieles Mal war das jetzt? Das war jetzt das vierte Mal München und mir hat von den ganzen Locations die alte Messehalle natürlich am besten gefallen, wo es eigentlich auch hätte sein sollen und wo es wahrscheinlich wieder sein wird, wie ich gehört habe. Hier hat man jetzt gemerkt, dass es doch ein bisschen improvisiert war. Also ich sage jetzt mal, es gab zwei Hallen. Eins, wo die Indies drin waren und eins, wo die größeren Verlage wie Reprodukt und Panini und so weiter drin waren. Aber da war es schon ziemlich eng, muss man sagen. Wenn es da Schlangen gab, dann hast du eigentlich den ganzen Gang zugestellt und so weiter. Und da gab es ja häufig Schlangen. Und also man hat schon gemerkt, dass das ein bisschen Provisorium ist, wobei sich natürlich auch alle sehr viel Mühe gegeben haben. Aber es hat nicht ganz dieses Level erreicht, was du einfach in der alten Messehalle drin hattest. Und was mir sehr gut gefallen hat, waren die Panels. Da waren ein paar sehr schöne dabei. Du hast ja auch moderiert zwischenzeitlich. Und das ist für mich immer so ein gewisses Highlight drin gewesen. Im Vergleich zum anderen Festivals habe ich jetzt relativ wenig Neues kennengelernt, muss ich sagen. Es kann natürlich auch ein bisschen an mir liegen. Aber insgesamt waren natürlich auch weniger Aussteller da, als man das sonst vielleicht auch gewohnt ist. Oder was denkt ihr? Ja, es war ja und ich war ja diesmal ein Stück weit bei der Orga mit beteiligt. Auf jeden Fall ein sehr viel kleineres Festival, als es sonst der Fall ist. Es gibt verschiedene Aussagen darüber, warum das so ist. Glauben wir jetzt mal der offiziellen, nämlich der, dass der Veranstaltungsort da, wo das sonst stattfand, das war wohl diese Messehalle. Ich war auch erst das zweite Mal jetzt da und kenne jeweils die Location nur einmal. Die haben quasi irgendwas durcheinander gebracht, so im Sinne von, oh, da haben wir euch leider den Slot, den ihr unbedingt für dieses Jahr wolltet, nicht geben können und jemand anderem zugesagt. Und deswegen war das halt ein Location-Problem. Die sind jetzt eben jetzt in, das Ding heißt Gasteig im HP8. Das sagt Leuten, was die da wohnen. Alle anderen müssen halt überlegen oder erstmal rausbekommen, was das bedeutet und wo das ist. Das ist halt einfach eine öffentliche Bibliothek und dort fand das jetzt statt. Alles unter ganz anderen Bedingungen, auch unter kleineren Bedingungen. Das war zum Beispiel auch so, dass ein Teil der Messe, vor allem die Kleinkünstler und Kleinstverlage, die nicht im eigentlichen, in der Verlegermesse waren, sondern ausgelagert oder man könnte auch sagen im Haupthaus waren, dass die halt abends 17 Uhr abbauen mussten spätestens. Und das ist natürlich eine Einschränkung, die nicht jeder Kleinverlag auch bereit war und vor allem auch Kleinkünstler bereit waren, ja, zu tragen. Kurzum, schon am Mittwochabend, als ich dort ankam und die ersten Gespräche geführt habe mit den Veranstaltern, wurde mir schon gesagt, Andi, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen spontaner, ein bisschen kleiner und ein bisschen, man hat das Wort schlechter nicht in den Mund genommen, aber die sind sich schon sehr bewusst gewesen, dass es dieses Jahr eine Ausnahmesituation war. Und das war so ein Gefühl, dass ich dem Grunde nach durch die komplette Veranstaltung aus meiner Sicht gezogen hat, die trotzdem aus meiner Sicht, soviel schon mal zum Fazit vielleicht vorweg, ein Erfolg war und mir sehr gut gefallen hat. Aber Andi, auch noch mal vorab erstmal zu dir. Vielleicht sagst du uns auch erstmal, wie viele Mal war das jetzt für dich München? Das ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Erzähl mal. Richtig, ich bin zwar auch kein Münchner, aber ich glaube, es heißt Gasteig und nicht Gasteig. Ja, okay. Ich habe mal Gasteig gesagt. Ich glaube, ich gleich mit zwei S dann. Also, wie du da schon sagst, München ist natürlich jetzt von Nürnberg aus nicht so weit weg. Nichtsdestotrotz war ich nicht so oft da, weil natürlich Erlangen trotzdem immer näher ist und jetzt ich nicht zwingend immer jedes Jahr dann auch noch, beziehungsweise halt jedes zweite Jahr nach München fahren musste. Ich glaube, es war jetzt mein drittes Mal erst und das letzte Mal davor ist aber auch schon ziemlich lange her. Also ich kenne jetzt zum Beispiel diese Location, die es jetzt die letzten paar Male war, von der hier auch gesprochen hat, kenne ich zum Beispiel nicht. Deswegen kenne ich nur noch ältere Locations und jetzt eben dieses HP8, wo es jetzt dieses Mal war. Ich war ja nur einen Tag da. Ich war nur an dem Donnerstag da, der in Bayern ja auch Feiertag war, wo ich glaube auch wahrscheinlich noch gar nicht so viel los war. Ich denke, dass viele Besuchende und so werden dann erst auch am Wochenende dann gekommen sein. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Also für mich war es auf jeden Fall gut. Hauptsächlich haben wir es ja auch gemacht, damit wir uns als Cookies zwischendurch einfach mal wieder treffen können. Das letzte Mal ja einfach in Erlangen gewesen ist ja ein Jahr her und wir haben ja sonst nicht so häufig die Gelegenheit, dass wir alle in einem Ort zusammenkommen. Ich hatte auf jeden Fall auch den Eindruck, dass es klar deutlich kleiner ist als Erlangen sowieso. Das ist es aber auch immer, aber auch als München sonst. Gerade von der Halle mit den größeren Verlagen war ich tatsächlich überrascht, wie klein sie da war. Also da war ja die, also jetzt rein von der Fläche gesehen, war auf die Fläche von den Indie-Leuten auf jeden Fall größer. Und da natürlich dann eben diese Einschränkung, dass die rechtzeitig auch immer abbauen mussten. Ich fand es ein bisschen in dieser Bibliothek, wo ja dann unten die Indies waren und oben auch nochmal so ein paar Händler und Signierfläche und so, fand es ein bisschen, der Bau ist ein bisschen verwirrend, was ich fand für mich, was so das Treppenhaus angeht. Absolut. Auf welchem Stockwerk man dann rauskommt und so. Und Breedstorm und ich sind auch schnell übereingekommen, dass das aussieht wie ein Knast, also vom Aufbau her. Also vielleicht war es das früher auch mal, ich habe keine Ahnung, aber von diesen Stockwerken und diesem großen Innenraum. Also auf jeden Fall, ich hatte eine gute Zeit. Ich habe euch getroffen, ich habe andere Leute getroffen, ich habe gut eingekauft. Die Leute, die ich so getroffen habe, waren gut drauf. Es hat Spaß gemacht, was für mich persönlich ein bisschen ärgerlich war. Es gab ja gleichzeitig dann auch noch das Artsy Festival für so Zine und Minicomics, aber das startete noch nicht am Donnerstag. Das war dann eben eher am Wochenende, wo ich dann nicht da war. Also ich vermute, dass dieser Teil das Ganze dann auch noch ein bisschen mit bereichert hat, dass es eben auch noch mehr Fläche hat und noch ein bisschen mehr Auswahl hat und so. Und das hätte ich gern gesehen, aber wie gesagt, hat bei mir dann einfach terminlich so nicht hingehauen. Von den Ausstellungen habe ich halt dann nur eine gesehen. Die waren halt dann doch sehr weit über die Stadt verteilt. Dieses HP8 ist jetzt dann auch nicht super zentral. Ich habe es also geschafft, zwischen Bahnhof und Messe mir eine Ausstellung zu legen, weil ich die dringend sehen wollte von Makishimitsu, von Drucken, die dort in einer kleinen Juweliergalerie ausgestellt waren. Das habe ich dann so auf dem Hinweg mitgenommen. Aber dann für weitere Ausstellungen, die jetzt außerhalb von dem HP8 lagen, war es an einem Tag dann einfach doch zu knapp. Da ist es in Erlangen natürlich dann schon schöner, dass alles noch ein bisschen näher beieinander ist, was auch sowas angeht. Und Panels und Kram habe ich dann auch an dem einen Tag gar nichts mitgenommen. Ich habe wirklich einfach nur eigentlich Messe, Fläche und mit Leuten quatschen gemacht. Aber das war auf jeden Fall eine feine Sache. Also da hatte ich auf jeden Fall Freude dran. Und hoffe, wenn es dann in den nächsten Jahren dann auch wieder in einer etwas größeren Location ist, wo dann alle auch ihre Stände auch stehen lassen können und dementsprechend dann auch einfach auch wieder mehr Ausstellende dann auch kommen können und auch Lust haben zu kommen, wenn sie nicht immer abends abbauen müssen. Dann glaube ich, habe ich schon auch Lust, da auch in Zukunft wieder mal hinzugehen. Das ist schon nett da. Ja, aber ich habe da sonst an sich nicht viel zu meckern, außer dass es so kleine Feinheiten in der Organisation gab, die ein bisschen hätten besser laufen können. Christopher Kläuber war wirklich so der Abräumer von der Messe, weil er hatte wirklich den besten Signierplatz überhaupt. Also von seinem Stand her, gerade im Eingangsbereich, wo er sein ganzes Trachtman-Merch aufgebaut hatte. Also für ihn hat es mich gefreut. Und das sein Trachtman natürlich schon wieder, das Maskottchen. Für was Comic-mäßiges in München ist, ist schon Zufall. Ich fand das auch super, wie in diesem einen Pub die ganzen Ausstellungsstücke von Chris da waren. Also es war wirklich sehr, sehr Trachtman-lastig. Man ist um Trachtman nicht drumherum gekommen. Was ich auch super fand, wie die Verlage auf uns teilweise reagiert haben. Bei Grosskalt wurde ich dann spontan noch in die Signierstunde von Tony Sandoval quasi weitergeleitet. Die haben gefragt, hättest du Bock da auch was abzustauen? Habe ich gesagt, klar. Habe ich gemeint, ja sorry, ich habe noch so leichte Wortfindungsstörungen. Ich war am Tag davor mit Dantes Verlag unterwegs. Haben sie nur gegrinst, ja okay, Dantes Verlag, das verstehen wir. Also das ist schon so ein Insider mit denen, wenn ihr am Abend mit Dantes unterwegs seid, ihr kommt nicht ganz so unbeschadet wieder zurück. Trotzdem auch super, die kennenzulernen. Und dann war es für mich ein Highlight, wirklich so ein paar Leute von anderen Casts kennenzulernen, mit denen ich ja schon einiges aufgenommen habe. Hat mich gefreut, auch die kennenzulernen. Und natürlich an die ganzen Zuhörer, die uns dann auch nette kleine Geschenke gebracht haben. Also Steffi hat uns drei Bier und eine Apfelschorle gegeben, weil wir das so im letzten Podcast erwähnt haben. Es waren wirklich so diese vielen Nettigkeiten, wo ich sage, ja okay, dieses Festival in München zählt trotz allem irgendwie zu einem meiner Jahreshighlights bisher. Und auch ein Kumpel hat dann so eine Anomalie festgestellt, hat mich dann gefragt, sag mal, wirst du am Samstag mit ins Kino gehen? Und sage ich, nö, ich bin verplant, ich bin in München. Er hat sich den Tag im Kalender eingetragen. Patrick sagt zum ersten Mal nein zu Kino. Wurde er durch einen Skrull ausgetauscht? Ich weiß es nicht. Ja, also es war natürlich alles auch ganz schön warm da. Und ich glaube, was ich für mich als Fazit auch sagen kann, ist, es heißt ja Comic Festival. Und letztlich ist es das aus meiner Sicht auch gewesen. Es war ein Festival, wo ich Menschen treffe, wo ich auch außerhalb der eigentlichen Veranstaltung, die beim Musikfestival die Musik ist und hier halt eben der Comic ist, Menschen treffe und dann Spaß habe und Dinge erlebe. Und das habe ich jeden Tag und vor allem auch Abend getan. Das war für mich eine ganz tolle Veranstaltung. Nette Menschen habe ich da getroffen, hatte tolle Erlebnisse, nur mal exemplarisch jetzt rausgegriffen. Ich war mit den Künstlern quasi im selben Hotel und habe dann so ein relativ spontanes Frühstück mit dem Ralf König gehabt. Und dann erzählt er halt so ein bisschen. Und das ist halt auch super unterhaltsam und sympathisch und nett und so. Und das sind halt so Erinnerungen, die bleiben halt hängen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass es eine Veranstaltung war, wo es halt auch das ein oder andere Panel gab, das ich moderiert habe. Lang nicht so viel, wie ich ursprünglich dachte. Und ihr werdet einen Teil dieser Panels als Aufzeichnung dann auch hier im Podcast bekommen. Was genau das ist, das kann ich noch nicht konkretisieren, weil ich noch nicht genau weiß, wie die Audioqualität in jedem Fall so ist. Aber da wird was kommen, da können wir uns drauf freuen. Und trotzdem muss man natürlich sagen, war es chaotischer als sonst? Ja, auf jeden Fall. War es so gut wie sonst, dass in München scheinbar auch immer so ist? Und ich kenne erst eine weitere Veranstaltung. Nein, es war nicht so gut. Und nein, es gab nicht so viele tolle Sitzgelegenheiten. Nein, es gab keinen tollen Riesenbiergarten direkt draußen dran, wo man Menschen quasi zufällig trifft. Es war alles ein bisschen anders, alles ein bisschen reduzierter. Aber trotzdem war es für mich eine ganz tolle Veranstaltung, die ja in diesem Jahr auch komplett ohne Eintritt auskam. Das möchte ich auf jeden Fall positiv erwähnen. Man hat auch Reiniges an Kindern gesehen, die dort Spaß hatten. Die sind natürlich, wie du hast ihn jetzt angesprochen, bei Chris Kläuber vorbeigekommen und haben sich für den Trachtman interessiert. Und die sind natürlich auch bei Egmont vorbeimarschiert und haben sich da so ein Mützchen abgeholt, so ein Asterix-Pappmützchen irgendwie. Also ich glaube, für Kids und generelle Familien war das schon eine tolle Veranstaltung. Was ich jetzt nicht so genau weiß, ist das, was der Breedstorm angesprochen hat. Und da kann ich gerne nochmal den Ball weiterspielen. Ist so dieses neue Sachen finden oder erkennen oder erleben oder so. Was genau meinst du damit? Ich meine, wir hatten ja auch zum Beispiel Leute da, wie beispielsweise die Kate Beaton, die dort ihr aktuelles Werk vorstellt, das wir, wenn alles klappt, hier auch zeitnah besprechen werden, in einer der nächsten Ausgaben. DAX heißt es. Was genau meinst du denn mit da nichts Neues erlebt? Ja, ich habe das sonst eigentlich immer primär in Erlangen, aber auch schon in München gehabt, dass ich ganz, ganz viele so Leute kennengelernt habe. Gerade in Erlangen mit diesem Extra-Bereich für Indies und für die Studenten und so weiter und so fort hast du ja immer eine super Anlaufstelle für sowas. Und auch hier gab es es ja im Kleinen, aber da waren mittlerweile auch viele Leute dabei, die ich schon kannte und auch mit Sachen, die ich schon kannte. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an wirklich diesen Kennenlernmöglichkeiten liegt, dass du so einen Platz hast wie in Erlangen, dass du dich da in den Park flammen kannst oder wie auch immer. Also das war weniger für mich als bei anderen Festivals in der Vergangenheit, auch als in München. Ob es an mir selber liegt, weiß ich jetzt nicht. Natürlich kann man sehr, sehr viele Leute auch in der Halle ansprechen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt war es dann halt auch sehr voll. Da ist es halt auch sehr schwer, einfach da stehen zu bleiben in seinem Rucksack und dann eine halbe Stunde ein Gespräch mit dir, wie jemanden zu führen. Sonst interviewe ich ja gerne auch mal Leute und gerade die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Plem Plem oder so, habe ich ja eigentlich bis jetzt immer gemacht. Aber gut, Chris war zum Beispiel allein und war die ganze Zeit am Stand. Also da kann ich jetzt ja nicht abziehen für ein kurzes Interview in ruhige Ecke oder sowas halt. Und ja, also da, aber vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß nicht. Was waren denn deine Highlights hinsichtlich Signierstunden und Panels? Ja, Signierstunden würde ich ganz klar sagen, den Erik Heuvel, den ich vorher noch nicht wirklich gut kannte. Der habe ich spontan wieder was Neues für mich gefunden. Ganz Holland hat es natürlich zum Comic des Jahres 2019 gemacht. Also er ist jetzt kein Unbekannte, aber für mich war er halt unbekannt. Und natürlich auch Charelle Combré, die Signierstunde, wo Patrick auch mit dabei war. Die war natürlich auch ein Highlight, ganz klar. Ja, natürlich an Panels war ich bei Panini Comics gewesen. Ich war bei CrossCult gewesen und bei dem Herren, der diese Comics, der so eine ganze Comic-Reihe mit unheimlich vielen Malern macht. Ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, weil das war am letzten Tag. Willi Blöß. Willi Blöß. Da habe ich tatsächlich sogar was gekauft bei dem. Ja, hatte ich eigentlich auch vor, aber das Schicksal sich gegen mich gewendet habe, hätte ich das an diesem Tag nicht mehr geschafft. Und das waren schon einfach gute Panels. Auch der andere holländische Zeichner, der für Panini diesen großen Band gemacht hat. Ja, der hat auch mindestens zwei Panels gehabt, zusammen mit dem Markus Pfalzgraf. Ich weiß gerade aber auch auf die Schnelle nicht genau. Ja, also ich, hier sehe ich mich top vorbereitet auf diese Frage. Der, also das waren schon interessante, interessante Panels einfach. Und auch da wieder, gerade jetzt, wann beschäftige ich mich mit holländischen Comics? Ich weiß, es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben und auch nach Holland fahren und zu Festivals und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht so in meinem Bereich. Und auch wieder da, ohne das Festival, hätte ich mich auf das Thema wahrscheinlich so nicht eingelassen und hätte wahrscheinlich da auch eine Menge verpasst. Tatsächlich auch. Du redest übrigens von Hancockolk, genau. oder habe ich ihn auch keine Ahnung? Ja, Kolk. Ja, genau. Okay, also für dich, wenn du ein Kurzfazit ziehen müsstest, würdest du wieder hinfahren? Würdest du unter den Bedingungen nochmal hinfahren oder freust du dich schon darauf, dass es eigentlich wieder in die alte Umgebung zurückgeht? Also die alte Umgebung war logistisch einfach auch besser. Das muss man sagen, weil du da alles in einem Gebäude drin hast und mehr Platz insgesamt seiner Zeit da drin war. Das hat mir einfach besser behakt. Also das war auch alles in Bahnhofsnähe. Gerade für Pendler oder was heißt für Pendler, aber für Leute, die mit der Bahn anreisen, war das schon deutlich einfacher, als da hinzukommen. Und also ich bin Fan von der alten Messerhalle, ja. Und kommst nächstes Jahr, wenn es geht, auch wieder? Übernächstes? Ich würde es wieder ein bisschen festmachen, was wird da sein? Also bis jetzt hat sich immer etwas geändert. Ich war ja zum Beispiel auch, als es im alten Rathaus in München war. Also das ist keine Konstante. Jetzt kann man sagen, Erlangen ist jetzt auch nicht immer eine Konstante, seit die Ladeshalle verlassen wurde, aber scheint sich das da ja jetzt einzupendeln, wo das war. Und da muss man halt gucken, wie das wird. Also für mich ist München natürlich ungleich weiter als Erlangen. Und wahrscheinlich für die meisten in Deutschland, außer wirklich aus dem tief süddeutschen Bereich, ist das ja auch so. Wenn es schon für Andi so ist, wenn er aus Nürnberg anreist, dann ist es wirklich für alle so. Andi, wie sieht das aus bei dir? Hast du was von diesem Orga-Chaos im Hintergrund mitgekriegt? Hat dich da irgendwas in der Richtung gestört? Also ich wusste natürlich im Vorfeld von dieser Ausweich-Location und dass das alles ein bisschen anders läuft und eben, was schon erwähnt wurde, dass eben die Indies jeden Tag ihre Stände abbauen mussten zu einer relativ frühen Zeit und so. Das hatte ich so natürlich mitbekommen. Jetzt vor Ort hatte ich jetzt kein organisatorisches Problem irgendwie so wahrgenommen. Ich war natürlich auch nur den einen Tag da und das war jetzt ja auch kein Tag von 8 bis 20 Uhr oder so. Das war ja dann auch mir so der Nachmittag quasi. Aber da ist soweit alles gut gelaufen. Dadurch, dass die Messe ja eben auch kleiner ausgefallen ist, war das soweit auch eine ausreichende Zeit, um sich alles dreimal anzuschauen und sich da auch wirklich auf der Messe recht gut umzugucken und auch einzukaufen. Klar, mit mehr Tagen kann man noch ein bisschen mehr machen. Gerade diese ganzen Panel-Geschichten und Ausstellungen und so, die ich halt einfach alle nicht mitgenommen habe, weil das für einen Tag dann einfach zu viel geworden wäre. Aber also es hat auf mich, wenn man es jetzt nicht anders kennt, wenn man jetzt nicht andere München schon erlebt hat, hat es für mich an diesem einen Tag zumindest einen guten Eindruck von einer kleinen Comic-Messe gemacht. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön. Wenn man überlegt, was für eine Angst die hatten. Die haben mit genauso vielen Besuchern gerechnet wie sonst. Ich weiß nicht, es gibt auch keine Pressemitteilung, ob das überhaupt der Fall war. Ich kenne nichts in der Richtung. Obwohl die Location kleiner war und viele meinten ja, dass die Location, in der es in diesem Jahr war, tendenziell zum Beispiel noch Entwicklungspotenzial hätte. Dort wäre in Laufreichweite zum Beispiel noch die Volkshochschule. Die wäre, wenn das alles so klappen würde, zum Beispiel auch dafür geeignet, dort beispielsweise Panels stattfinden zu lassen oder Signierstunden oder halt generell diese Dinge halt darin auszulagern. Das kann ich mir schon vorstellen, denn man muss sagen, das HP8, die kann ich aus erster Hand sagen, die waren halt so ein bisschen damit überfordert, wie viele Leute da plötzlich aufgekreuzt sind. Damit haben die nicht gerechnet. Im HP8, in dieser Bibliothek, da ist ja auch diese Philharmonie oder wie das heißt. Das heißt also, die mussten ja nicht ohne Grund abbauen, die Künstler. Da waren jeden Abend, waren da auch noch klassische Konzerte mit Menschen, die halt in schicken Klawatten da hinkommen und so. Deswegen musste da halt abgebaut werden. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, tagsüber dieses Publikum, die Leute, die zur Messe kommen, mit Essen, also generell gastronomisch zu versorgen, waren halt sowohl der eigentliche Hauptladen völlig überfordert und viel zu wenig Personal, als auch draußen dieses Restaurant, die halt dann am zweiten, dritten Tag scheinbar irgendwoher Leute gezaubert hatten. Aber insgesamt waren sich die Leute allesamt nicht so richtig bewusst, was da jetzt auf sie zukommt. Das könnte in, wenn das in zwei Jahren wieder stattfinden würde, könnte das anders aussehen, wenn man halt, wie gesagt, die Optionen nutzt, die sich in diesem ganzen Gebiet halt noch so ergeben. Das ist ja ein, wie gesagt, größeres Ding mit dieser Volkshochschule. Du hattest ja auch vom Artsy Festival gesprochen. Das habe ich ja tatsächlich besucht, dann auch mal an einem Tag. Das war so ein bisschen versteckt. Die haben das dann aber ganz schlau gemacht und quasi, wenn man so will, vom Haupteingang des Comic-Festivals aus so Baba auf den Boden geklebt, so bunte Dinger und Schilder und hast du nicht gesehen. Also man konnte das relativ easy finden, musste aber halt, ich sag mal so drei, vier, fünf Minuten hinlaufen und das war halt ein nettes, kleines Scene-Festival, wenn man so möchte, wo es auch Lesungen gab und das hat der Dominik Wendland zusammen mit noch irgendeiner, der Namekart nicht einfällt, alles aus dem Boden gestampft und ich habe zum Beispiel mit dem Tim Goethe, heißt er, bei der Heimfahrt noch gequatscht. Wir sind im selben Bus gewesen und so und die waren, also er insbesondere war wirklich sehr zufrieden einfach mit der Artsy-Veranstaltung, also mit dem Festival selbst, was mich ja schon immer auch immer sehr freut. Ich hoffe, dass es diese Synergie-Effekte auch gab für alle, vor allem Kleinartists, die sich dort hinten im Artsy ja dann letztlich aufgehalten haben und ich sag mal so, so viel vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, das Artsy und das Comic-Festival, die haben nicht von Anfang an offiziell zusammengearbeitet. Es war einfach so, dass das Artsy sich relativ nachträglich und auch erfolgreich dann auch im HP8 beziehungsweise in den dazugehörigen Gebäuden eingemietet hatte und das war halt rein zufällig genau derselbe Zeitraum wie halt auch das Comic-Festival München und dann kam halt eins zum anderen und man hat natürlich sinnvoll versucht, Synergie-Effekte zu nutzen, aber es war nicht ursprünglich Teil der Planung des Comic-Festivals, dass dann auch dieses Festival stattfinden würde, was ja vor zwei Jahren anders war. Da hatte auch, es gab auch ein Festival, ich weiß nicht, ob das da schon Artsy hieß, keine Ahnung, das hatte dort auch Räumlichkeiten in dieser Veranstaltungshalle, wo dann so eine Werkstatt aufgebaut worden ist und andere Dinge passiert sind. Also kurzum, ich würde mich freuen, wenn sich die Münchner vielleicht mal alle ein bisschen zusammenreißen würden und unter Umständen gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten deutlich nervenschonender. Ja, aber zumindest für das Artsy habe ich den Eindruck, dass die Leute, die dort waren, es cool fanden, genau wie ich und auch die Artists grundsätzlich zufrieden sind mit dem Ergebnis, was dort war. Patrick, wie sieht dein Fazit aus? Wir haben ja wirklich eine Menge Menschen getroffen. Wir waren fast jeden Abend zusammen unterwegs und haben mit Bekannten und Freunden das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen. Wir haben auch einiges von München gesehen und auch wirklich, wie gesagt, viel Zeit zusammen verbracht. Wie würdest du sagen, ist das Comic-Festival München so eine gute Veranstaltung, um da vielleicht auch mit Freunden hinzufahren? Oder müssten das schon auch Comic-Freunde sein? Es ist wirklich sehr, sehr comic-speziell. Ob diese, wenn die Freunde gar keinen Comic-Bezug haben, würde das für die schwer werden, denke ich. Also gerade durch die Panels, die Panels sind ja auch sehr speziell. Da war ich ja bei dem einen Panel, wo du dann nicht moderieren konntest, beziehungsweise wo der Igor für dich eingesprungen ist, da hat man dann quasi einen Comic noch während der Entstehung quasi erlebt. Das fand ich interessant. Aber wenn du 0,0 Comic-Bezug hast, dann bist du da eher wegen Rammstein hingefahren, wegen dem Disney-Museum, wegen diversen anderen Sachen. Wobei die Hemmschwelle ist geringer, weil der Eintritt eben frei war. Also man konnte das, man hätte das kurz auschecken können, um zu erfahren, ist das jetzt für einen was oder nicht. Das fand ich fair, dass das wirklich kostenlos war. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, auch vor allem wegen der Bekanntschaften. Ich bin dann von der Valentina, oder wie sie hieß, dann auch noch sehr spontan in den Twitch-Livestream reingesteuert, weil die auf einmal eine Aufnahme gestarzt hat, die gerade mal ein Mensch angesehen hat, wer auch immer das war. Aber ja, für mich war es eben wirklich wegen den ganzen Connections, wegen den ganzen Podcastern, wegen den ganzen Verlagen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne diese Bubble genauso genossen hätte, wie als normaler Zuschauer, beziehungsweise als normaler Konsument. Ja. Alles klar. Jo, dann haben wir, glaube ich, hier einen ganz groben Rundumschlag zum Comic-Festival München präsentiert. Wir freuen uns, haben uns wirklich, 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 wirklich sehr gefreut über alle, die uns mal angesprochen haben. Das ist schon immer cool, wenn man merkt, okay, scheinbar hört ihr uns und scheinbar wisst ihr auch ungefähr, wie wir aussehen. Beim nächsten Mal seid ein bisschen aggressiver, was Sticker angeht. Wir haben immer so Sticker und so Buttons und so dabei, also ich vor allem in meiner Tasche, aber ich denke da nicht dran. Ich schwöre euch, es gibt sie und ich schwöre euch, ihr könnt sie haben. Spätestens, ja, keine Ahnung, nächstes Jahr in Erlangen oder in zwei Jahren München sehen wir uns wieder. Was es dieses Jahr noch an Veranstaltungen gibt, ist noch nicht so ganz raus, wo wir eventuell noch sein werden. Wo wir allerdings waren, ist eine Veranstaltung in Leipzig. Richtig, Andi? Am Wochenende vor dem Comic-Festival München war ich in Leipzig beim Snail-Eye-Festival, das ist auch so ein kleines Zene-Festival, das zum dritten Mal stattgefunden hat. Das hat mich letztes Jahr schon mal interessiert, als ich da, also letztes Jahr habe ich das erste Mal davon mitbekommen, dass das existiert. Das Jahr davor hatte ich das noch nicht wahrgenommen. Lina Ehrentraut ist da mit dem Organisationsteam. Leipzig hatte offensichtlich eine sehr lebhafte Comic- und Kunstszene. Es gibt ja auch einige Comic-KünstlerInnen aus Leipzig. Anna Heifisch ist wahrscheinlich so eins der ganz großen Beispiele dort. Matthias Lehmann, den wir ja auch in München getroffen haben, den habe ich auf der Comic-Invasion das erste Mal persönlich getroffen, dann in Leipzig wieder und jetzt auch in München wieder. Und ja, also Zene-Festival, sehr aus dem, ich schätze mal so, kunststudentischen Umfeld, ist in so einem kleinen Hinterhof von einer kleinen Buchhandlung. Das ist eine Spielstraße, so knapp außerhalb der Innenstadt. Also man läuft von der Leipziger Innenstadt überhaupt nicht weit. Und dann ist man in so einer kleinen Spielstraße. In dieser Straße sind so die Fensterscheiben, also zur Straße hin, als Ausstellungsfläche genutzt, von den verschiedenen lokalen Geschäften. Wie gesagt, dieser Buchhandlung, die haben also zur Straße hin dann so die Ausstellungsfläche. Und im Hinterhof dieser Buchhandlung, da geht man durch so ein kleines Tor durch, ist dann eben so die, ja, die eigentliche Fläche, wo dann mehrere Tische standen mit Zenes und Minicomics. Das waren so zwei, drei, vier so Kleinstverlage, Zene-Verlage vertreten. Und dann auch noch so diverse Sammeltische, wo einfach von verschiedensten Leuten die Sachen dann auslagen, die man dann dort eben entsprechend kaufen konnte. Abends haben dann auch noch Lesungen und tagsüber auch Workshops und sowas stattgefunden. Habe ich jetzt nicht alles mitbekommen, weil ich dann, insgesamt ist es wirklich eine sehr, sehr kleine Veranstaltung. Ich war zeitig da, also so zur Öffnung am Samstag. Es ging Samstag und Sonntag. Ich war Samstag eben einen Tag da. Habe mich da auch mit Matthias Lehmann kurz getroffen, ein bisschen gequatscht und so. Und dann eben mir das da angeschaut, ein bisschen eingekauft und dann den Rest des Tages einfach auch so in Leipzig verbracht. Also es war ein netter Tagesausflug. Ich fand es eigentlich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Es ist bestimmt auch schön, wenn man da ein paar Leute kennt oder Leute auch kennenlernt. Ich bin immer nicht so gut im Leute kennenlernen. Da auch mehr Zeit zu verbringen und noch ein bisschen auch dieses Abendprogramm mitzunehmen. Das war jetzt für mich eben auch durch die Heimfahrt dann jetzt nicht so gegeben, da abends auch noch länger mitzubleiben. Aber es hat auch für mich so ein bisschen bestätigt, das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, beziehungsweise wie ich beim letzten Mal Lara zitiert habe, die auf der Comic Invasion gesagt hat, eigentlich sollte jede größere Stadt, also das Ziel wäre, dass jede größere Stadt in Deutschland sowas wie eine eigene Comic Invasion hat. Das Snail Eye ist wahrscheinlich in etwas kleinerer Form, eben das für Leipzig, also oder im Moment noch kleinerer Form. Comic Invasion ist ja auch immer kleiner angefangen. Und ja, hat für mich jetzt eben auch dahingehend wieder bestätigt, dass das eigentlich wirklich was ist, was jede Stadt haben sollte. Ich denke mal, das Arzi wäre eben quasi so wahrscheinlich das ähnliche Event für München. In Frankfurt ist ja dieses Cozy das letztes Jahr, ich glaube zeitgleich mit der Buchmesse auch stattgefunden hat. Ja, genau. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das dieses Jahr auch wieder stattfindet. Die haben noch nichts angekündigt. Weil ich das mitkommen habe, ja. Ja, das wäre cool. Das würde ich mir auch ganz gerne mal noch anschauen, wenn das klappt. Also so diese Sien- und Selbstverlag-Festivals sind eine feine Sache und da ist Leipzig auf jeden Fall auch mal einen Ausflug wert. Das ist ja in diesen Hinterhöfen, hattest du gemeint, ne? Also wo man dann quasi durch so eine Straße läuft. Habe ich das richtig verstanden? Also das ist in so einer Spielstraße. Da ist eine kleine Buchhandlung und diese Buchhandlung hat einen Hinterhof. Da geht man eben durch so einen Hausgang, durch so ein kleines Tor durch, durch so einen kleinen Gang und landet dann eben in dem Hinterhof. Da ist da auch eine Wiese und so. Und in diesem Hof ist dann eben, ja, die Messefläche quasi, die Tische, dann die Lesungen, Workshops und so, das ist ja in diesem Hof hinten. Und ansonsten vorne in dieser Spielstraße, da ist ein Café und noch ein anderes Lokal und eben, wie gesagt, die Ausstellungen, die eben da in den Fensterscheiben sind und in einem anderen Raum, also gegenüber, auf der anderen Straßenseite in so ein paar Räumen, war auch noch eine Ausstellung mit drin. Also es konzentriert sich eben in dieser Spielstraße und hauptsächlich in diesem Hinterhof, in einem Hinterhof. Also ich frage für einen Freund, gibt es da auch so Panels und so? Also ich weiß, dass da zum einen diese Lesungen stattgefunden haben. Ich weiß vom letzten Jahr, dass da auch schon mal so KünstlerInnen-Gespräche stattgefunden haben. Das Programm liegt irgendwo hinter mir, wenn ich mich weggelegen würde, würde ich wahrscheinlich finden. Also ob das jetzt wirklich so was ist, dass die zwingend einen Moderator brauchen, da kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Gar nicht, weil nur das, jetzt erzählt mich einfach wirklich, das ist für mich immer so, also ein Festival definiert sich für mich ganz persönlich aus diesen Panel-Veranstaltungen. Das ist einfach so. Also mein Verlagsmesse ist schön und gut, aber ich sehe die Verlage, sie sieht man ja ständig überall so. Die Artist-Elle ist noch ganz cool. Bei diesen, genau, es ist halt dieses, bei diesen Zin-Dingern ist es halt so, die meisten davon sind halt nicht über einen Verlag. Also ich habe da halt, ich sehe da halt ganz viel Zeug, an das ich sonst nicht rankomme. Also es ging mir auf der Comic-Invasion schon so und da jetzt halt auch wieder, also einfach Leute, die einfach auf eigene Kosten halt irgendwie 50 Zins oder was halt drucken lassen und die dann bei so einem Festival halt auf den Tisch legen und ansonsten kommst du das Zeug nicht ran beziehungsweise du weißt einfach nicht, dass es existiert. Also du kommst an das Zeug dann halt einfach nur ran, wenn du halt vielleicht die Leute selber anschreibst und die es dir dann in den Umschlag stecken und mit der Post da schicken. Und wie gesagt, und dann waren halt noch so ein, zwei, drei so kleinere SIN-Verlage, von denen ich aber vorher auch noch nicht gehört hatte, dass die existieren. Da bin ich dann in der Szene wahrscheinlich nicht gut genug verhaftet. Aber ja, also wie gesagt, also so Gesprächskram, so kleinere Vorträge und sowas und auch Workshops und so haben da auf jeden Fall stattgefunden. Also es gibt auch noch ein zusätzliches Programm zu den Tischen mit Comics und Zins. Also ich merke schon, lieber Andi, von dir beide Daumen nach oben für Snail Eye in Leipzig. Ja, absolut. Alles klar, dann haben wir hier München und Leipzig beziehungsweise die Comic-Veranstaltungen dort für euch zusammengefasst und vor allem freuen wir uns tierisch drauf, von euch mal Feedback zu bekommen. Wird jetzt euch gefallen, falls ihr da wart und was haben wir vielleicht verpasst, was für Highlights haben wir jetzt hier nicht erwähnt und was denkt ihr sind die Gründe für euch, fürs Publikum nach Leipzig zum Snail Eye und nach München zum Comic-Festival zu fahren. Das würde uns mega interessieren. Ihr könnt uns erreichen wie immer auf Social Media. Das ist vor allem klassischerweise Facebook, Twitter und Instagram sowie in unseren Chatgruppen auf Signal und Telegram. Und nun kommt ja der Moment, den wir immer so haben, wo wir uns zu unterhalten wollen, was wir eigentlich in dieser Ausgabe besprechen wollen. Denn jeder von uns hat zwei Comics am Start und am Ende, da gibt es noch einen gemeinsamen Comic, den wir besprechen wollen. Das ist übrigens diesmal Masu Schmieds Tochter von Ines Kort, erscheint beim Verlag Schwarzer Turm. Dazu dann später mehr. Und zunächst fragen wir den Andi, was hast du denn heute mit dabei? Also ich habe, wenn wir schon von diesen ganzen Festivals gesprochen haben, zwei Comics dabei, die ich in Leipzig erworben habe. Das eine ist Bibi und Peggy und das andere ist Kennen wir uns? Breedstorm, und was gibt es heute bei dir? Ja, zwei Sachen aus München. Einmal von Kultcomics Die Mai-Morde und von Carlsen Verlag Santa Filius Plan von einem Spiru-Album. Spiru, sehr gut. Wir sind ja auch der Spiru-Podcast, wie man sehr gut sehen kann, wenn man unsere Gruppenfotos anschaut. Fantastisch. Patrick, was hast du heute mit? Okay, ich habe von Panini Batman und die Zukunft des Weißen Ritters und von Crosskite von Tony Sandoval und Tony Desberg müsste das sein, Die Chronik der Unterwelt. Mega. Ich habe mich vor einiger Zeit mal aktiv angefragt von Edition Moderne, den Comic Die große Lehre von Lea Murawitsch und ich möchte heute auch was vorstellen, was ich mir in München zugelegt habe, denn der Josh meinte, ey, Andi, lies mal unbedingt den zweiten Band von Usagi Yojimbo mit dem Titel Samurai. Der fällt hier in diese Kategorie, Andi liest Dinge, die er schon immer mal hätte lesen müssen und warum es der zweite Band ist und nicht der erste und warum das egal ist und vielleicht sogar die bessere Idee. Darauf kommen wir später und wie gesagt, am Ende in der großen Cookies Code Authority reden wir dann über Masu Schmidstochter von Ines Kort. Ja, lieber Andi, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, heute hier das Plenum zu eröffnen und mit einer ersten Besprechung zu beginnen. Also ich habe natürlich dann, wie gesagt, die Gelegenheit genutzt, auf den Festivals, auf denen ich jetzt in den letzten Wochen war, auch gut einzukaufen und will davon natürlich auch was vorstellen, also eben wirklich sowas von Kleinstverlagen beziehungsweise auch Selbstverlegenden, wo man vielleicht mal auch jemanden anschreiben muss, um das einzukaufen. Das erste Comic oder der erste Comic, den ich vorschomme, ist Bibi und Peggy von Romane Bourdé, auch hier man, wie immer möge man mir verzeihen für die Aussprache der französischen Namen, Romane Bourdé und Elsa Klee. Die haben den gemeinsam geschrieben und gezeichnet und überhaupt alles zusammen gemacht. Also man gibt hier keine Trennung aus, dass einer der Menschen was nur geschrieben und gezeichnet hätte, sondern es war in Kollaboration erstanden. Es erschienen bei Colorama Prints. Das ist eben so ein kleiner SIN-Verlag aus Berlin. Es ist in einer Auflage von 500 Stück entstanden im RISO-Print und die Webseite sagt mit den Farben Pink, Violett und Schwarz. Es ist eine queere Geschichte, eine Kriminalgeschichte ein bisschen. Es geht um die Figur namens Peggy, die einerseits Journalistin ist, aber auch angefangen hat, nebenbei noch so als Detektiven zu arbeiten in einer Stadt namens Chicago. Also wie Chick und Apostroph-Argo. Man erkennt das Wortspiel. In dieser Stadt eröffnet ein großes Center namens Orgasmics. Ein großes Center für Sexspielzeug und Sexunterhaltung. Und es gibt eine, ich sag mal, Terroristin namens Bibi, die so kleinere Anschläge verübt und verhindern will, dass dieses große Center dort entsteht, weil dieses Center quasi so die Gentrifizierung vorantreibt, die Wohnungen der Anwohner teuer macht oder eben dafür sorgt, dass man dort nicht mehr wohnen kann und die Besitzerin von Orgasmics eigentlich alle Leute nur unterdrücken und versklaven will. Das ist so der Hintergrund für diese terroristischen Anschläge. Die Detektiven, schrägige Journalistin, wird beauftragt, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und sie entdeckt dann so ein bisschen die Teile einer Verschwörung, die da so dahinter steckt, trifft dann eben auch auf Bibi und zwischen den beiden entsteht dann auch ein bisschen so ein spannendes Verhältnis. Das Ganze kommt ein bisschen kinky daher, wie gesagt, es spielt eben in diesem Orgasmics Center, das heißt, es gibt eben auch Sexspielzeug zu sehen und so ein bisschen so Fetisch-Anteile. Die Figuren sind, wie gesagt, eben auch queere Figuren. Es ist ein schwierig zu beschreiben das Heft von der Gestaltung her. Wie gesagt, die Farben habe ich erwähnt, es hat eben so eine Farbpalette aus Pink, Violett und Schwarz, hat so einen ganz leichten Manga-Einschlag, aber eben in so einer, ja, so einer Indie-Scen-Ästhetik dann eben auch und es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte, ist auf Englisch geschrieben, also international auch zu haben. Also wenn man nach dem Buch recherchiert, das ist also was, das tatsächlich auch vertrieben wird, wie gesagt, über diesen Kleinstverlag, dass man das dann auch in verschiedenen Online-Shops dann eben auch finden kann und ja, hat also so ein Indie-Kinky-Touch und hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht finde die beiden Kreativen, die dahinter stecken, recht interessant, also dadurch, dass ich beide vorher nicht kannte, kann ich auch nicht so gut auseinanderhalten, was so die Zeichenstile angeht, wer da vielleicht was gemacht hat, also ich habe natürlich auf Instagram ein bisschen geguckt, wie so die Sachen der Menschen aussehen, wenn sie alleine was machen, aber das fällt jetzt in dem Comic soweit überhaupt nicht auf, dass da zwei Menschen dran gearbeitet haben, also es sieht schon auch wirklich nach aus einem Guss aus, kostet 22 Euro, ist natürlich ein bisschen teurer, muss man dazu sagen, Risoprint ist immer ein bisschen teurer und eben Kleinstauflage und so, also das ist kein ganz günstiges Seen, es hat so ungefähr das Format von einem Superheldenheft in der Größe und hat, soweit ich das weiß, 48 Seiten, genau, 48 Seiten, also ja, kann man mal nach recherchieren beziehungsweise auf der Seite von Colorama Prints eben auch mal mal sich angucken, ganz coole Sache, also ich finde für so einen Indie-Comic auf jeden Fall einen Blick wert. Absolut, ich habe es jetzt auch mal gegoogelt und es erinnert mich tatsächlich auch von der Farbwahl her, es ist also andersrum, es ist ein Tick bunter als diese Lehre, dieser Comic mit der Lehre, den ich nachher dann vorstellen werde und das Ding kommt mit gerade mal 500 Kopien daher, ist also auch noch relativ begrenzt und jetzt steht hier überall im Internet, dass das in diesem RISO-Print daherkommt und wir haben uns die Tage schon mal privat drüber unterhalten, aber vielleicht kannst du uns leihen, vielleicht versuchen, weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, mal so zu erläutern, was ist eigentlich dieses Besondere am RISO-Print, ist das von dem Typen mit den YouTube-Videos? Ja, nee, ist es nicht, schreibt sie auch anders, R-I-S-O, RISO-Graphie und ja, ich kann es leider nicht so gut erklären, weil ich da leider auch nicht so der Experte dafür bin, ich weiß, dass gerade so künstlerisch interessierte und veranlagte Menschen, die gerne Zins und Comics machen, total immer auf RISO schwören und es ist eine besondere Drucktechnik, das ist, soweit ich das verstehe, ein künstlerischer Kopierer, also irgendwie ist es eine Maschine, in der man das Zeug irgendwie drucken kann und hat aber irgendwie auch bestimmte Anforderungen in der Bedienung und hat halt dann eben eine bestimmte Druckqualität und Zin-Menschen stehen da total drauf, aber wie gesagt, ich bin da leider auch nicht kenntnisreich genug, um das professioneller beschreiben zu können, aber es ist wohl so die hohe Kunst der Zin-Herstellung ist mit dem RISO-Grafen. Ohne es zu wissen, würde ich jetzt mal ganz stark vermuten, das werden der liebe Adrian dieser Ausgabe hier hört, liebe Grüße, der da vielleicht ein paar mehr Ausführungen zu machen kann, generell auch, liebes Publikum, wenn ihr uns erklären könnt und vor allem unserem Publikum, was RISO-Print eigentlich genau ist, was das zu was Besonderem macht und vor allem auch von anderen Druck Verfahren abhebt. Seid ihr herzlich eingeladen, uns das einfach mal mitzuteilen, weil wir wirklich ein tatsächliches Interesse daran haben. Bibi und Peggy sind die beiden Damen, um die es sich ja scheinbar dreht. Das ist ein bisschen kinky, es ist ein bisschen sexy vielleicht auch und da frage ich mich doch lieber Breedstorm, das müsste doch genau dein Ding sein, oder? Ich verstehe nicht, was du meinst. Hast du Interesse an diesem Comic? Comics, die irgendwie mit Sexualität zusammenhängen, also die möchte ich nicht lesen, sowas spricht mich überhaupt nicht an, nein. Du bist ja eher so der konservative Konsument. Ja, ich habe mich von dem Thema einfach auch verabschiedet. Ich habe alles gesehen, was man sehen kann. Das Thema ist durch, mega. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Das ist ja nun was, das sieht wirklich auch vom Artwork her schon so total interessant aus. Inhaltlich weiß ich nicht so genau, ob das was für dich ist. Erzähl mal, welche Eindrücke hast du, würdest du es lesen wollen? Kennt ihr noch den Niklas Fiedler, der hat eine ähnliche Farbpalette, ist auch im Indie-Bereich, also es ist wirklich so der Indie-Bereich und ja, ich bin ein Kerl, lesbische, queere, Sachen sprechen mich da eher an als die männliche, aber es ist wahrscheinlich nur eine Präferenz. Das sieht vom Stil her interessant aus, punkig aus. Ich weiß nicht, ob ich dafür 22 Euro ausgeben würde, reinlesen würde ich da schon das Seed irgendwie schon interessant aus und punkig. Der Preis ist tatsächlich so eine Sache, das ist jetzt auch kein Comic wahrscheinlich, den ich komplett spontan für 22 Euro mitgenommen hätte. Ich habe das aber im Vorfeld vom Snail Eye schon irgendwie mitbekommen. Elsa Klee war auch dort und ich glaube Romane Baudet auch, aber am Sonntag, wo ich nicht da war und Elsa Klee war auch beim Arzi, in München, dementsprechend halt auch am Wochenende, wo ich nicht da war, hat dort auch und die haben sowohl in Leipzig als auch in München auch eine Lesung gemacht eben aus dem Comic. Also das heißt, also irgendwie im Vorfeld hatte ich das schon mitbekommen, dass es existiert und hatte mich schon dafür interessiert und deswegen habe ich es dann eben in Leipzig auch mitgenommen, weil wie gesagt, so Sachen, die man auch nicht so leicht im eigenen Comicladen kriegt, aber dann, wenn sie dort halt liegen, dann packt man es halt ein. Aber ich verstehe auch, wenn man gar nichts davon weiß und es einfach nur so das erste Mal sieht, können 22 Euro dann schon auch ja, viel sein, wenn man vielleicht sowieso auch noch andere Sachen auch einkaufen will. Aber für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich persönlich fände es vor allem aus Gründen des Artworks sehr interessant, was ich hier so an Leseproben und Fotos vor allem und sogar ein Video habe ich gefunden, wie jemand hier so durchblättert und so. Also inhaltlich eigentlich völlig egal und zweitragend nicht, aber ich finde es halt vom Artwork her schon irgendwie interessant und bin auch wirklich beeindruckt, wie viel Detailverliebtheit da auch drin steckt und so. Ich würde mir das gerne mal in Ruhe anschauen. Ich habe so eine Splashpage gerade vor mir mit irgend so einem Kreis um das könnte, was ist das eigentlich, ein Bild oder hängt da jemand über einer Schüssel, also über eine Schwörungsschüssel oder so. Da drin sehen wir verschiedene Personen, die irgendeine Form von, sagen wir mal, erotischer Beziehung zueinander ausleben und oben links ist so ein Kopf, der da irgendwie dran rumleckt oder es offensichtlich total geil findet, das alles zu sehen. Also kurzum, ich will das glaube ich auch mal lesen. Ja, das kann ich ein bisschen auflösen, das ist so ein virtuelles Erleben. Also das ist eben in diesem Orgasmix Center setzen sie dann so eine Virtual Reality Brille auf und das ist dann so die Darstellung, die du gerade beschrieben hast, eben von so diesem virtuellen Erlebnis mit dieser Brille. Verstehe. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet, sind tolle Ideen drin, tolle visuelle Ideen auch und ja, also ich bin von den beiden, ich glaube KünstlerInnen, sehr angetan und werde auf jeden Fall weiterverfolgen, was die so machen und hoffentlich dann auch mal die Gelegenheit haben, am gleichen Tag bei einem Festival zu sein und nicht immer am Tag davor. Liebe Breastorm, auch wenn du es abstreitest, Erotik Center, ein Stück weit bringe ich so Themen auch mit dir in Verbindung. Vielleicht hast du sowas heute ja auch mitgebracht, was möchtest du uns jetzt vorstellen? Nee, also wesentlich erotisch wird es bei mir nicht mehr. Wie gesagt, ich habe mich von dem Thema verabschiedet, aber ich habe mich einem anderen Thema wieder zugewendet, was ich auch zu lesen sehr interessant finde und das ist der Zweite Weltkrieg hat mir ja schon lang nicht mehr. Nämlich in München am Stand von Kultcomics saß der Erik Heuvel und das ist ein sehr bekannter niederländischer Zeichner, der auch solche schönen Serien wie January Jones und Bud Broadway gemacht hat und bei Kultcomics hat er auch mehrere Sachen veröffentlicht und der hat da halt gesessen und signiert und ich habe gedacht, okay, das spricht mich jetzt schon irgendwie an das Thema. Ich wollte eigentlich sein Band Kriegsgeschichten kaufen. Das sah mir aus, als gäbe es da Episoden über den Zweiten Weltkrieg. Der war, als ich dann endlich gedacht habe, ich nehme jetzt mit, war er natürlich ausverkauft und da hat mir der nette Mann vom Stand die Mai-Morde ans Herz gelegt, in dem es auch unter anderem um den Zweiten Weltkrieg geht, um die Situation in den Niederlanden, um den Überfall durch die Wehrmacht und was das für Holland bedeutet hat und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist ja so ein bisschen die Richtung, wie das auch in den Spiro-Bänden, die ich durchgesprochen habe, der Fall war und wollte natürlich sehen, ist das in Holland vielleicht auch so gewesen, gibt es da irgendwelche Parallelen und so weiter und so fort und da habe ich mir den Band geholt, eine schöne Zeichnung machen lassen vom Herrn Heuvel und habe mir den Band durchgelesen. Der Band basiert auf dem Roman von Jacques Post aus dem Jahr 1984 und ja, das Cover war natürlich erstmal so, das zeigt so eine Fallschirmspringer-Szene von der Wehrmacht, habe ich gedacht, okay, hoffentlich ist es nicht so ein romantisierendes Ding, war aber natürlich nicht der Fall, ganz im Gegenteil, das war nämlich Album des Jahres 2019 in den Niederlanden und die Niederlande sind jetzt nicht für große Sympathie für die Wehrmacht jetzt bekannt und so ist es auch in dem Roman, es geht nämlich los im Jahre 1940 vor dem Einmarsch von der Wehrmacht, da gibt es schon diverse Spione in der Stadt, Rotterdam und der Sohn eines Taxifahrers, der der eigentliche Held ist in dieser Geschichte, gerät da in einen kleinen Strudel von Ereignissen, die mit Spionage für die Wehrmacht, aber auch mit anderen Morden in Rotterdam zu tun haben und ja, Erik Heuvel hat das Ganze, wie ich finde, sehr, sehr gut gezeichnet, wir haben da wirklich sehr schöne Lienkler und das mit einem historischen Thema, das spricht mich natürlich sehr an, was mich allerdings etwas verwirrt hat, war in diesem Fall komplett die Handlung, weil ich hatte wirklich Probleme zu folgen, hä, warum geht das jetzt hier weiter, wer war das gleich nochmal, weil auch sehr viele Sprünge drin sind, wieso wird der jetzt umgebracht und also ich hatte wirklich, obwohl mich das Thema stark interessiert hat, Probleme der Handlung zu folgen, jetzt weiß ich nicht, liegt es jetzt am Jacques Post oder liegt es am Erich Heuvel, aber ich würde hier wirklich für mich konstatieren, die Zeichnungen und verschiedene Ideen, die er so hatte, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich konnte wirklich, dass die schreibe, damit kam ich hier in diesem Fall halt wirklich nicht zurecht, du hast halt diesen Sohn des Taxifahrers, der dann mit einer gut aussehenden jungen Dame immer mit seinem Motorrad durch die Gegend fährt und da was kurz ermitteln muss und da was und da schlägt er sich mit einem möglichen Nazi-Agenten, aber so richtig komplett verstanden, muss ich sagen, habe ich nicht und da müssen wir wieder sagen, der Emil Bravo Spirou, den ich vorgestellt habe in vier Bänden, der war ja, der hatte geile Zeichnungen und man hat unheimlich viel mit rausnehmen können und da war in keinster Weise jemals die, dass man der Handlung nicht folgen konnte, im Gegenteil, er hat subtil, also Emil Bravo, da Handlungssachen, die ich nicht wusste und aus geschichtlichen Zusammenhängen aus Belgien in der Zeit gut dargestellt und hier war das halt leider nicht der Fall. Ich glaube aber, dass es vielleicht so ein bisschen auch an der Vorlage liegt aus dem Jahr 1984 und werde, weil mir die Zeichnungen wirklich sehr gut gefallen haben und ich auch über den Sketch sehr froh bin, werde ich mir mindestens ein oder zwei weitere Bände von Eric Heuvel besorgen, weil mir das wirklich vom Artwork her richtig gut gefällt, also ist so wie ein bisschen auf detaillierteres Timo und Struppi würde ich das Ganze jetzt beschreiben und ja, deswegen nur so eine halbe Empfehlung und dann mal gucken, was ich vielleicht in den nächsten Folgen dazu vorstelle. Wunderschön, aber vielleicht ein bisschen wirr, das könnte ein Motiv sein, das heute noch bei einer anderen Besprechung eine Rolle spielt und ich hätte eine relativ gezielte Frage, weil das Thema, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, auch in München eine Rolle gespielt hat, welche Perspektiven kriegen wir denn hier alle so präsentiert, also ich meine, das sind offensichtlich zwei Kriegsparteien, die hier miteinander interagieren, sehen wir da Geschichten aus, also quasi von beiden Seiten oder ist es eher nur so eine Seite, die berichten, da quasi ihr Abenteuer erlebt, was genau und vor allem aus welchen Perspektiven kriegen wir da was präsentiert? Wir kriegen die Sicht des Protagonisten, des jungen Heldes mit seinem Motorrad und seiner nett anzusehenden Beifahrerin, wir kriegen aber auch die Sicht auf einen Agenten, der vielleicht für das Deutsche Reich arbeitet, vielleicht auch nicht und wir sehen teilweise auch aus Sicht ja von von der Wehrmacht, wie dieser Überfall abläuft, aber auch aus Sicht von den niederländischen Soldaten, die das Land verteidigen, auch diese Sicht sehen wir. In manchen Comics ist es ja so, dass das Wehrmachtssoldaten zum Beispiel kommt irgendwie, da siehst du keine Gesichter oder die sind abgedunkelt oder wie auch immer, das ist hier gar nicht, die sind komplett alle in demselben Stil gehalten, wie wir das von den anderen Figuren auch sehen, das ist aber nicht der Schwerpunkt, also der Angriff auf Rotterdam ist nicht der Schwerpunkt, ich glaube tatsächlich, dass der auch so ein bisschen niederländisches Wissen um diesen, diesen, ja, also aus Wehrmacht Sicht war das ja der Fall Gelb, dass man die Benelux-Staaten überfallen hat, bevor halt im Fall Rot auch Frankreich überfallen wurde und da setzt das so ein bisschen voraus, dass man so ein bisschen weiß, wie der Angriff auf Rotterdam auch vorging, also dass die zum Beispiel mit Wasserflugzeugen auf dem Fluss gelandet sind und also diese ganzen Sachen, die wusste ich jetzt nicht und die werden hier schon so ein bisschen beschrieben, aber es ist tatsächlich geht es mehr um diese Morde und der Krieg, der Angriff ist eigentlich, spielt sich im Hintergrund ab, man sieht zum Beispiel auch, dass es da eine faschistische Jugendorganisation gibt in den Niederlanden, also große Parallele zu dem Spiruband, wo wir das von Belgien auch gesehen haben, aber das ist nicht das Hauptmotiv, also es ist kein Kriegscomic, wie wir das vielleicht von allen anderen Alben-Serien kennen. Ganz interessant, es gibt ja mehrere Ausgaben davon, also es gibt die Softcover-Ausgabe, die ich davon hätte, die hätte ich jetzt vom Cover allein wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil ich eben da so einen typischen Alben-Kriegscomic erwartet hätte, weil da sieht man halt Fallschirmspringer von, also deutsche Fallschirmspringer abspringen, bei dem Hardcover hingegen, da ist so ein leicht Abenteuer-Comic-Ding, wo man ihn halt, den Held mit seinem Motorrad sieht und mit Gebäuden drumherum, da kommt man jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht, dass das jetzt viel Krieg ist, also da hat man komplett unterschiedliche Cover gewählt und also tatsächlich das von dem Hardcover, das sieht für mich dann doch etwas einladender aus, als diese Fallschirmspringer-Szene. Verstehe. Wenn ich hier so ein bisschen rumgoogle, dann sehe ich halt genau diese Leserprobe, wo mir dann auch nochmal diese Linie Claire dann gezeigt wird und das ist ja alles ganz hübsch und so. Bei zwei Kritiken finde ich noch interessante Punkte, zum einen wäre es halt genau wie du sagst, was wo man wirklich konzentriert am Ball bleiben müsste, das wäre nicht so ganz so einfach, der wohl relativ komplexen Story zu folgen und zum anderen ist hier auch die Rede von einem relativ umfangreichen Making-of mit geschichtlichem Hintergrund und so. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren, wie ist das aufgemacht? Also ich gehe davon aus, dass das in dieser Hardcover-Version, die etwas neuer ist, der Fall ist. Ich habe hier nur Bilder von dem Autoren und dem Zeichner, die sind mit drin, ein bisschen beschrieben, was die sonst so gemacht haben. Das sind insgesamt drei Seiten mit drei großflächigen Bildern. Also wenn das tatsächlich in dem Hardcover drin sein sollte, wäre es ja genau das, was ich oftmals an solchen Comics kritisiere, dass zu wenig geschichtliche Fakten drin sind, die das Ganze so ein bisschen aufarbeiten. Das fände ich sehr gut und das hätte mir tatsächlich auch geholfen. Ja Mensch, dann ist das vielleicht genauso wie du sagst, richtig wissen wir es auch nicht. Die sprechen hier von einer gebundenen Ausgabe bei einem großen Online-Versandhandel. Das wird das Hardcover sein. Doch, doch, das ist das Hardcover. Beim Hardcover ist scheinbar ein bisschen mehr drin. Prima. Dankeschön. Andi, wie sieht es aus? Hast du Bock auf die Maimorder? Ich war ja mit dem Breaststorm dort an dem Stand, als er sich diese Kriegsgeschichten hießt ja so. Du hast den Namen gerade gesagt, den er dann haben wollte und nicht gekauft hat, angeguckt hat. Und ich habe auch so zwei, drei Bände, die eben rumlagen, auch angeschaut. Und ich fand tatsächlich den Zeichenstil auch sehr schön. Also wirklich diesen recht klassischen Linie-Klär-Stil. Ich hätte wahrscheinlich eher zu einem dieser anderen so Abenteuerbände gegriffen, statt jetzt zu den Kriegsgeschichten. Da ist Breaststorms historisches Interesse dann einfach doch stärker ausgeprägt, als es meines ist. Aber vom Zeichenstil hat es mich angesprochen. Und von daher, also bei dem Künstler wäre ich durchaus interessiert. Aber wie gesagt, dann eher wahrscheinlich bei so einem Abenteuer- Unterhaltungscomic. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Willst du mal reinlesen? Es geht mir ähnlich. Ich würde eher jetzt auf January Jones zurückgreifen. Das wurde mir quasi als Tim und Struppi in weniger kontrovers beschrieben, einer weiblichen Journalistin. Da hat mir auch dieser klassische Zeichenstil mehr zugesagt. Ich denke, das wird dann auch weniger konfus sein. Das ist so ein Stück Kriegsgeschichte, wo du ja wirklich bemüht bist, alle Facetten abzubilden und dich dann wirklich extrem schnell verheddern kannst. Also ich habe da eher January Jones oder einen der anderen Abenteuer-Comics da auf meiner Liste als diesen, vor allem weil jetzt Breedstorm echt nicht wirklich begeistert von diesem Comic war. Prima. Ja, Patrick, dann würde ich mich freuen von dir, deine erste Vorstellung zu hören. Also ich war fast schon am überlegen, soll ich jetzt den anderen Spiru-Comic vorstellen? Aber ich habe gewusst, Breedstorm wird ein Spiru-Comic vorstellen und wir wollen nicht zu sehr Spiru-Cast werden. Also habe ich Volage Chroniken der Unterwelt gegriffen von Steven Desbergh, also kleine Korrektur, es ist nicht Tony, sondern Steven Desbergh und Tony Sandovalh und normalerweise ist Tony Sandovalh einer, der erzählt so, also er ist Mexikaner, er war dreimal kurz davor, einen Eisner Award zu gewinnen. Normalerweise erzählt er eher so Storys über traumatisierte Jugendliche oder Kinder, die dann in eine Fantasy-Welt flüchten. Also im Prinzip ist er in seinen Erzählungen sowas wie so ein Guillermo del Toro für Kinder. Man merkt, dass da die Mexikaner oder dass der große Mexikaner einen Einfluss auf ihn hatte. Das war sowas, was ich an seinen Comics zu schätzen weiß und mochte und sie mir Doomball extrem gefallen hat. Jetzt hat er hier aber mit Steven Desbergh mal zum ersten Mal einen Autoren, der ihm eine Story vorgibt und das ist nicht mehr ganz so kinderfreundlich, nicht mehr ganz so nett. Es ist blutig und ja, es geht darum, dass ein gewisser Herr in der Hölle landet, Ian McGillis, das war ein Söldner, der hat von 1991 bis 2022 gelebt, der findet sich jetzt plötzlich in der Hölle zusammen mit einigen anderen Mördern, unter anderem Jack the Ripper, Hermann Fedelein, Lukuster, also wirklich Mörder und Verbrecher, querbeet aus der Geschichte, aus unterschiedlichen Zeitepochen. Er erwacht jetzt in der Hölle und diese zehn Kriminellen wollen sich jetzt aus der Hölle wieder rauskämpfen, werden dabei von Höllenhunden und allen möglichen verfolgt. Irgendwann stoßen sie dabei auf eine Karawane, bei der die titelgebende Volage gefangen gehalten wurde. Die sollte als Opfergabe quasi dienen. Die befreien die und die hilft denen dann sich aus der Unterwelt beziehungsweise aus der Hölle rauszukämpfen und wer eins an der Figurenkonstellation ist, wird blutig, es werden bei weitem nicht alle überleben und es gibt natürlich einiges an Höllenaction, also wirklich der Kontrast zu Tony Sandow war das sonstigen Erzählstil, aber mir hat es gefallen, das war wirklich so ein Comic, wo ich dachte, okay, der geht die To-Do-Liste ab mit so klassischen Horrorelementen, die mir gefallen, ich war richtig angefixt von diesem malerischen auch Volage als Charakter, ich will nicht drauf eingehen, was sie ist, sie ist auf jeden Fall kein Mensch, fand ich als weiblichen Charakter interessant, diese Figurenkonstellation mit diesen ganzen Mördern in der Hölle, das hat mich angesprochen, dazu ist noch ein sehr schwarzer Humor, es ist Gesplätter und es gibt natürlich unter den Mördern dann noch so gewisse Intrigen, also wirklich ein sehr, sehr schöner Comic, bei dem ich dankbar bin, dass Cross Kyle mich darauf hingewiesen hat, dass ich da spontan zugegriffen habe, während ich auf Mark Buckingham quasi gewartet habe, also ich bin von der Einwarteschlange in die nächste geraten und habe da spontan ein Intro von Tony Sandoval abgegriffen, eine schöne Zeichnung und einen sehr, sehr guten Comic, bei dem ich auch den Preis von 30 Euro gerechtfertigt finde, weil es eben was schön malerisches hat, es ist jetzt nicht das extremste Blätterfest, aber es ist düstere Horror Fantasy, die mir wirklich gut gefallen hat. Ja, es sieht auch wirklich wieder sehr gut aus, wie sieht es aus, hast du dir dieses Panel angeschaut vom Sandoval? Wir haben eins vom Ralf König gesehen, als dieses zweite Panel von Sandoval stand ich in der Schlange von Mark Buckingham, aber das eine haben wir vom Ralf König noch halbwegs mitbekommen, also er hat schon wieder einige Projekte in der Pipeline. Okay, aber du hast jetzt nicht das Panel gesehen vom Tony Sandoval, der ja auch verordnet wurde. Leider nein. Okay. Und das ganze Ding kommt als schönes Hardcover daher, wenn ich das hier sehe, ja. Wie ist das denn? Also du hattest ja glaube ich, du hattest Judas vorgestellt hier in eigener Ausgabe, richtig? Das war Breedstorm. Breedstorm hatte das Rezensionsexemplar, ich hatte den Zeichner gesehen und das Intro ansprechen lassen, aber ich hatte das Ding auch gelesen. Das fällt mir zuletzt nämlich vermehrt auf, dass man so diese ganzen christlichen Symboliken auf die Augen gedrückt kriegt. Also ständig ist irgendwie Hölle, immer diese christliche Hölle und irgendwie haben alle Flügel und hin und wieder taucht ein Kreuz und ein brennendes Kreuz und ein umgedrehtes Kreuz auf und vielleicht auch irgendwie diese komische, ich weiß gar nicht wie das heißt, dem Kreuz dran, ist ja auch egal, aber ständig kriegt man diese Symboliken auf die Nase gedrückt und ganz im Ernst, ich finde es langsam ziemlich ermüdend, weil, ich weiß nicht, also es gibt so viele andere geilere Höllen als die christliche, warum nicht mal damit spielen. Wie sieht es denn aus, hat die Szene das irgendwie aufgefallen, sind die christlichen Symbole hier auch so omnipräsent und erschlagend vielleicht oder eben nicht und vielleicht auf eine neue, interessante Art und Weise erzählt? Die Symbolik ist vorhanden, die ist nur nicht ganz so übel aufs Auge gedrückt, eben dadurch, dass du hier wirklich einige Mörder hast. Es ist hier eher halb intrigant, teilweise vergisst man sogar fast schon, dass die in der Hölle sind, eben weil die unter anderem mit sich schon selber sehr, sehr viel blutiges Zeug veranstalten. Also Jack the Ripper will natürlich jemanden vergewaltigen, solche Sachen passieren dann, dass die Leute fast schon schlimmer sind, als die Hölle an sich. Und ja, das eine Mädel hat zu mir gemeint, ja das ist ein blutiger Comic, hab ich gemeint, definiere blutig, was ist für dich blutig. Ich hab sie verstanden, wenn du nur Toni Sandoval gewohnt bist, ja okay, dann war das blutig. Wenn du jetzt eher mit lustigen Taschenbüchern aufgewachsen bist, ja dann war das blutig, aber auch sonst gab es ein paar nette Gewaltspitzen, es gab abgerissene, Eingeweide, du hast immer wieder mal skelettierte Menschen gesehen, bei denen die Eingeweiden noch raushingen, immer wieder fliegende Körperteile und so, also ich würde das jetzt nicht unbedingt ein Kind in die Hand drücken, diesen Comic. Ja interessant, verstehe, okay. Und ja, es kommt wirklich drauf an, wie die Hölle dargestellt ist, mich nervt diese christliche Hölle auch, aber immerhin ist das mal so ein christliches Thema, das mich zu unterhalten weiß. Ja, christliche Themen, die zu unterhalten wissen, Brickzor, ich hatte gerade diesen Judas angesprochen, wäre das ein Comic für dich? Ja, warum nicht, also man ist es halt gewohnt und die Kette mit dem Kreuz ist glaube ich ein Rosenkranz, wenn ich das richtig verstehe, was du weißt. Absolut, ja, absolut, ich bin einfach sehr ungebildet, was das angeht. Ich kenne den Weihnachtsmann, aber der ist nicht in der Bibel, gell? Der ist von Cola. Ja, genau. Ja, also warum nicht, also ich würde mir das schon geben, nicht als, wie soll ich das sagen, als Beweihräucherung des christlichen Glaubens, sondern eher das Gegenteil und wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Ist das eine Meinung, die du auch hättest, Andi? Also ich mag auch hier mal wieder Tony Sandoval's Zeichenstil recht gerne, habe aber auch noch nichts von ihm gelesen, weil ich neulich fast was aus der Bücherei von ihm ausgeliehen hätte, was ich bestimmt noch tun werde und das ist dann wiederum auch wahrscheinlich auch der Weg für mich von, für so einen Comic, ich glaube, Doom Boy hatten die da, ich glaube, den nehme ich dann mal mit. Ja, also ich würde wahrscheinlich eher was von Tony Sandoval's eigenen, also die auch selbst geschriebenen Sachen erstmal lesen, bevor ich jetzt den lesen würde, aber wenn er irgendwo rumliegen würde, dann würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Geschenk nehmen wir an, ne? Das geht so. Schickt uns Comics. Schickt uns Comics. Na, wobei, fragt besser vorher nach, es wird sonst unangenehm. Ja, mega, Volage klingt auf jeden Fall grundsätzlich interessant und die Mädels und Jungs vom CrossCult Verlag sind ja tendenziell auch unsere Buddies, deswegen ist es vielleicht das, wo wir nochmal einen genauen Blick reinwerfen sollten. 131 Seiten bei CrossCult für Trommelwirbel. Wie viel kostet der Spaß? 30 Euro. Oder eben 16,99 als digitale Datei. Mensch, das ist ja quasi geschenkt. Cool. Genau, und vor allem auch, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, so einen Künstler hier dann auch vor Ort am Start zu haben, dann ist es immer, finde ich, ein toller Moment, wo man auch mal dann zugreifen kann. Genau, für die Sammlung ist das bestimmt eine tolle Sache. Prima, vielen Dank, Patrick. Dann kommen wir jetzt zu sprechen auf einen Comic, der hat den Publikumspreis beim Internationalen Comic-Festival in Angulem im Jahre 2022 gewonnen. Und da auch nur mal die Frage reingeworfen, in die Runde war, hier glaube ich, soweit ich weiß noch niemand, in Angulem. Ich kann kein Französisch, ich kann nur so ein bisschen Englisch, vor allem so Alltagsstraßenenglisch und ich frage mich ernsthaft, ob ich da in Angulem richtig aufgehoben wäre als Comic-Fan. Ich habe jetzt schon verschiedene Aussagen dazu gehört, die meisten sagen, ja, die mach halt. Die großen Interviews finden sowieso alle auf Englisch statt und wenn es dir um den Comic an sich geht, dann ist die Sprache ja irgendwie erstmal zweitrangig vielleicht. Fahr da ruhig hin, liebes Publikum, ihr seid herzlich eingeladen, mir darauf zu antworten, ob ich da als Dude mit einem, sagen wir mal, untrainierten Schulenglisch, der aber schon das ein oder andere lesen kann, ob ich da in Angulem an der richtigen Stelle bin oder eben nicht. Ja, und auf jeden Fall hat diesen Publikumspreis in Angulem 2022 die Lea Murawicz gewonnen. Die hat nämlich den Comic gemacht Die große Lehre, den können wir aktuell erhalten bei Edition Moderne. Der hat 208 Seiten und kommt auch mit einer arg reduzierten Farbpalette daher. Es sind nämlich genau drei Farben. Es ist Rot drin, es ist Blau drin und es sind verschiedene Schattierungen von Rot und Blau drin, möchte ich mal sagen. Und das Ganze spielt in einer Welt, in der Präsenz heißt es hier, also generell Aufmerksamkeit so ein bisschen sowas wie die Lebenswährung ist. Du als Person lebst nur dann weiter und kannst sogar unsterblich werden, wenn du besonders viel Präsenz im Leben anderer hast. Das können also natürlich insbesondere Social Media Sachen sein. Wenn du aber auch ein großer Musikstar bist, dann hast du natürlich auch mega die Präsenz und kannst da unsterblich werden. Wir lernen im Laufe des Comics dann auch zum Beispiel ein Baby kennen. Dieses Baby war mal in irgendeiner Windelwerbung und hat damit mega den Impact gehabt in irgendwie dieser Welt und ist deswegen total bekannt. Die eigentliche Marke dieser Windeln, die gibt es gar nicht mehr, aber das Baby ist noch so bekannt und so präsent, weshalb das Baby in dieser Babyform quasi unsterblich geworden ist. Kurzum, Präsenz ist die wichtigste aller, wenn man so will, Lebensgrundlagen. Im Zentrum der Handlung steht eine Marnell Nahehr. Sie ist eine junge Frau, die sich eigentlich um all diese Sachen überhaupt nicht schert. Sie hat so gar keinen Bock auf Präsenz. Sie verkriecht sich gern, sie hat so eine Handvoll Freunde, eher weniger und dreht sich vor allem halt ums Lesen und sie will halt ihre Ruhe haben. Sie hat gar keinen Bock drauf, dass diese ganze Welt so extrem von diesem Präsenzding geprägt ist. Blöd nur, dass ihr Name Marnell Nahehr genau derselbe ist wie der eines großen Superstars, einer Sängerin ist es glaube ich in dem Fall und die quasi kriegt ganz viel Aufmerksamkeit und sie deswegen, weil sie scheinbar hat den selben Namen, kriegt deswegen ganz besonders wenig Aufmerksamkeit. Das führt so weit, dass ihr quasi diese Währung Präsenz, dass sie gen Null geht und sie kriegt dann so Herzinfarkte. Ja, das ist so ein Aspekt des Comics. Dann geht es unter anderem noch um die Frage, wie fliehe ich jetzt aus diesem ganzen Präsenzsystem, sie möchte in die titelgebende große Lehre entfliehen, das ist so zumindest zu Beginn des Comics eine Motivation, aus nämlich diesem großen urbanen was auch immer Ding zu entfliehen, wo Präsenz halt eine große Rolle spielt und darum geht es, es geht natürlich auch um die Frage, wenn sie dann oder andere unsterblich geworden sind aufgrund ihrer Präsenz, was hat das für Konsequenzen, also ich meine deine ganze Familie stirbt ja, weil die sind ja alle nicht so präsent wie du und so und was könnte da noch passieren, aber was für Menschen trifft man in einer Welt, die ausschließlich und allein auf dieses Präsenzding halt Wert legt. Darum geht es ganz grob und recht kryptisch auch gesprochen im Comic, der nun ja letztlich auch nur mehr oder weniger anekdotisch mit einem sehr dünnen roten Faden die Geschichte von unserer Manuel erzählt. Wir kriegen hier vor allem eine Geschichte erzählt, aber nicht nur durch diese Sprechblasen und Texte und so, sondern vor allem eben auch durch ein wirklich extrem faszinierendes Artwork und das war der Vergleich, den ich vorhin gezogen hatte zu dem, was der Andi vorgestellt hatte zu diesem Baby und Peggy, denn auch hier haben wir eine noch reduziertere Farbpalette. Das ganze Ding ist, wie gesagt, in diesen Farben kommt es daher und wir haben circa die Hälfte des Comics, vielleicht ein Stück weniger, diese Stadt, in der das alles spielt und diese Stadt erinnert so ein bisschen an eine noch extremere Version einer Großstadt wie zum Beispiel Tokio oder meinetwegen auch der Times Square heißt der glaube ich in New York. Also du hast quasi ausschließlich Hochhäuser, du hast an diesen Hochhäusern, die unendlich hoch und unendlich tief sind, also das ist, du siehst, auch mal Street Level, klar sie fährt auch mal Auto und so, aber grundsätzlich sind diese quasi diese Dinger immer unendlich hoch und gehen über die ganze Seite und du hast da auch überall wie so Blinklichter von Namen, nämlich von Einzelpersonen, die durch diese Blinklichter zumindest theoretisch eine Form von Präsenz bekommen, was die wiederum am Leben erhält. Ja, also das Urban ist alles ein bisschen abstrakt, da vielleicht ein netter Hinweis, ist es mir auch exakt an einer konkreten Stelle aufgefallen, diese unzähligen, garantiert hunderte Namen, die mir hier auf diesen Anzeigen im Comic präsentiert wurden, sind vermutlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, alles andere Artists, Leute, die in irgendeiner Form Comic oder Illustrationen machen. Bei einem konkreten Fall ist es mir aufgefallen, Solo Otero, sie war auch beim Comic Festival München, wir hatten da so ein Gespräch in Amerika Haus und deswegen ist mir das da konkret aufgefallen, ich habe jetzt versucht, die eine oder andere Person mal exemplarisch zu googeln und auch da bin ich auf Illustratoren gestoßen, das ist also vermutlich auch im gleichen Atemzug irgendwie auch so ein bisschen so eine Huldigung von anderen Comic Artists, wenn die hier namentlich auftauchen und es sind wirklich also mindestens 100, 150, wenn nicht gar 200 Namen, die hier drin sind, wenn nicht sogar noch viel mehr. So, wir haben also dieses urbane Setting, wir haben, und das ist eigentlich Besondere daran, auch eine Darstellung von unserer Protagonistin, der Marnell, die ist, also man könnte fast auf die Idee kommen, es irgendwie cartoonesk zu nennen, aber das wäre eigentlich falsch, denn es geht ganz oft auch in abstrakte Ebenen hinein, das erinnert mich tatsächlich auch ein Stück weit an das, was wir zum Beispiel aus Deutschland kennen von dem Dominik Wendland, der da ganz oft so dünne Figuren hat, die quasi so einfach dünn sind, lange, dünne, arme Beine und irgendwie, sagen wir mal, eher reduzierte Gesichter, all das ist hier mit dabei, aber das kommt immer in einer Präsentation daher, die ich für wahnsinnig interessant halte, es sind, es ist ein, also wirklich, es ist ein beeindruckender Panelaufbau, der es immer auch schafft, uns die Atmosphäre der Situationen, unter anderem auch durch die Panels zu präsentieren, also beispielsweise, wenn es darum geht, wie die Figur in Interaktion eben mit anderen Menschen steht, denn es geht hier um Präsenz und die Wahrnehmung zum Beispiel innerhalb der Familie ist auch eine Form von Präsenz und die sitzen alle in einer Reihe und sie sitzt am Ende der Reihe und dann gucken wir quasi in eine Flucht hinein aus Menschen, die am Tisch in der Reihe sitzen und am Ende dieser Flucht ist sie. Das ist übrigens ein wiederkehrendes Stilmittel hier in diesem Comic, der mit diesen Fluchtpunkten auch arbeitet, das ist ja relativ bekannt, wenn du auf zweidimensionalem Bild dreidimensionale Dinge darstellen willst, dann hast du ja einen Fluchtpunkt, an dem sich vieles orientiert, gerade bei Stadtsettings zum Beispiel und das ist hier wirklich ständig irgendwie drin. Das Artwork ist hier meines Erachtens der herausragende Punkt in diesem Comic. Ich werde jetzt nicht noch tausend Sachen erwähnen, die mir aufgefallen sind, denn die Handlung kommt wie gesagt so ein bisschen dahin gepockelt daher, gerade so dieser ganze Aspekt Social Media, der spielt zu Anfang mal so ein bisschen so eine Rolle. Ja, sie ist zum Beispiel selbst in der Firma tätig, unsere Protagonistin, in der es darum geht, dass sie sich selbst Social Media Inhalte von anderen anschaut, um denen wiederum Präsenz zu generieren. Das ist hier mal so ein Teilaspekt, der aber letztlich auch ganz schnell wieder weg ist von der eigentlichen Handlung. Und das Artwork ist hier wie gesagt für mich das große Highlight. Da steckt viel Arbeit drin, Emotionen, zum Beispiel eben die von mir angesprochenen Herzattacken, die sind es, die hier mir wirklich auch auffallen. Panikattacken im Generellen. Wie verändert sich unsere Protagonistin, wenn sie dann doch, so viel sei mal verraten, in diese Unsterblichkeitsrichtung auch geht? Was für einen Wandel macht sie durch? Was hat es eigentlich mit dieser großen leere Aufsicht, die hier den Titel gibt? Ja, das Ding kann man lesen, wenn man auf tolles Artwork steht, wenn man vor allem vereinzelte Szenen und Dialoge gut finden möchte und eher weniger, wenn man jetzt so den super großen, inhaltlichen, vor allem komplexen Dialog oder die Auseinandersetzung mit dem Thema Wahrnehmung, Social Media, gesellschaftliche Akzeptanz von Einzelpersonen finden möchte, dann eher weniger. Vielleicht steckt noch ein Stück weit Coming of Age drin, unsere junge Protagonistin, die ist irgendwie so halb auf der Suche nach einem Job und von den Eltern will sie sich aber irgendwie auch so ablösen und wenn sie das dann geschafft hat, ist sie aber eigentlich total unzufrieden damit, dass sie das gemacht hat und so. Ja, ist ein bisschen, ist vielleicht auch irgendwie da drin. Kurzum, das ist mein Fazit, eine Empfehlung für Leute, die interessante Artworks lesen und sehen wollen. Da weiß ich ganz genau Andi, dass ich bei dir auch an der richtigen Stelle bin, interessante Artworks. Die Edition Moderne, die wir ja zuletzt auch in der letzten Ausgabe zum Thema hatten, weil es ja um Crowdfunding ging, die stellt sich ja gerade so ein bisschen um, sie möchte versuchen mit neuen Themen auch eine neue Lesendenschaft zu erreichen und ich kann mir vorstellen, dass das hier diese neue Lesendenschaft anspricht. Kannst du dir vorstellen, aus meiner Beschreibung heraus, dass du da auch dazu gehörst? Ich habe natürlich nebenbei jetzt dann auch mal so in Leseprobe auf der Webseite der Edition Moderne reingeschaut und ich habe den Comic vorher noch nicht wahrgenommen, bevor du den jetzt hier erwähnt hast und von dem, was ich da jetzt gesehen habe, kam mir das auch nicht bekannt vor. Also ich habe den Eindruck, ich habe das noch überhaupt nicht gesehen und das, was ich jetzt gesehen habe, hat mich wirklich unglaublich begeistert. Also grafisch ist das genau mein Ding. Also wenn ich den im Comic-Laden so in die Hand bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich gute Chance, dass ich den spontan mitgenommen hätte. Also relativ, schon auch, er ist, so wie ich das sehe, relativ dick, also auch auf der etwas teureren Seite. Aber, also ich, wenn ich das nächste Mal im Comic-Laden bin, muss ich mal schauen, dass ich den dann mal in die Finger kriege. Also wenn der, wenn der mir auch haptisch und von der Aufmachung und alles dann so zusagt, also jetzt rein, rein grafisch, ich würde den sofort lesen. Ich bin ganz hin und weg, ehrlich gesagt. Fantastisch. Strike. Jo, Pettig, kannst du diese Faszination nachvollziehen? Sind Comics, die man vielleicht des Artworks wegen liest, was, was dich reizen würde? Und so, ja, also Comics erzählen ja auch wirklich viel durch die Grafik. Gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, das Artwork ist auch die Story. das spricht mich schon an, also wenn ich jetzt den inhaltlichen Anspruch so ein bisschen zurückschraube, würde ich mir das schon mal ansehen oder es mir eben mal von dir ausleihen? Absolut. Ja, und wenn es um Präsenz geht, Breed Zone, du bist ja auch ganz vorne mit dabei, unser Social Media Beauftragter für Twitter. Hast du Bock auf die, was war es, Lehre, die große Lehre? Ich finde die Prämisse mit der Popularität ganz interessant. Also Artwork, ja, schön, aber das, die Idee, das hat ja so ein bisschen Black Mirror Touch, Absolut. Da kommt so ein Thema ja auch mal vor und da würde ich schon auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Sehr gut. Macht das mal, liebes Publikum, gerade wenn vielleicht auch dieses Ding mit diesem Publikumspreis, Angolem für euch was ist, was eine Inspiration für euch sein kann, in den Combi wie diesen reinzuschauen, dann seid ihr, jetzt eingeladen ist bei Edition Moderne mal zu machen. Da steckt viel drin. Ja, und dann fangen wir wieder ganz von vorne an und ganz von vorne, wenn ich das noch so halbwegs in Erinnerung habe, ist dann wieder der Andi, ne? So schaut's aus. Schöne Grafik, machen wir gleich weiter. Ich habe, dabei kennen wir uns von Matthias Lehmann. Wir haben kürzlich erst den Repro-Comic zur Sonne besprochen, den Matthias Lehmann mit verschiedenen AutorInnen gemacht hat und das hier ist jetzt einer seiner selbst verlegten Comics, denn der Matthias hat unter dem Label DotSpot Comics viele, relativ viele Mini-Comics rausgebracht. Ich habe ja letztes Jahr schon mal seinen Bohne und Monsterhase vorgestellt und als ich jetzt auf der Comic-Invasion war, habe ich gesehen, der hat noch viel mehr und hat einen ganzen Schwung eingekauft und die, die ich in Berlin nicht mitgenommen habe, die habe ich mir dann in Leipzig von ihm bringen lassen und ihm abgekauft und da war eben auch Kennen wir uns mit. Dabei ist, ich glaube, neueste Veröffentlichung aus seinem Selbstverlag, auf jeden Fall von diesem Jahr, 2023 und es ist jetzt kein Mini-Comic, das ist ein kleines Hardcover im Querformat und kommt grafisch, also Matthias arbeitet ja digital, aber das sieht man dem jetzt nicht so zwingend an, das hat schon sehr was von einem Tuschestrich in relativ monochromen Farbgebung, es spielt teils nachts, von daher etwas mit gedeckten Farben gehalten und was die Grafik sonst noch angeht, ist, wie gesagt, es ist im Querformat und jede Seite ist quasi ein Panel, also es gibt auf den Seiten keine weitere Panel-Unterteilung, rechte Seite, linke Seite ist dann immer halt jemals, wie gesagt, ein Panel und es ist die Geschichte eines Ehepaars, die beiden scheinen schon längere Zeit zusammen zu sein, sie haben jedenfalls zwei Kinder und die Tochter, würde ich auch sagen, ist so im Teenager-Alter, also sind schon eine ganze Weile zusammen und die Geschichte spielt so in einer Nacht und hat eben zum Thema kennen wir uns zwei Menschen, die sich irgendwie schon lange kennen, die schon lange zusammen sind, aber eben doch auch so ihre eigenen Leben führen, sich vielleicht im Laufe der Zeit auch etwas auseinandergelebt haben und deswegen Geheimnisse voreinander haben und dann diese eine Nacht, die wir hier erzählt bekommen, zeigt ebenso die Geschichte der Frau und die Geschichte des Mannes, was die beide jetzt jeweils ohne einander an diesem einen Abend in dieser einen Nacht machen. Das eine hat was mit Drogen zu tun, das andere hat was mit Sex zu tun und über all diesem steht eben dieses Thema kennen wir uns. Wir sind schon so lange zusammen, aber kennen wir uns. Was wissen wir noch voneinander und das wird jetzt nicht die große Vergangenheit dieser Beziehung aufgerollt und es wird auch nicht die große Zukunft dieser Beziehung aufgerollt, sondern es wird einem nur diese eine Nacht präsentiert, aus der man so ein bisschen was ableiten kann, vielleicht so ein bisschen was interpretieren kann auch so für wie geht es mit den beiden weiter, aber hauptsächlich ist es erstmal diese Momentaufnahme dieser Beziehung und da kann man dann so drüber nachdenken und eigene Ideen finden, wie ist das so mit so einem Leben von zwei Menschen, die sich eigentlich schon lange kennen, aber zumindest zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr so gut kennen, wie es vielleicht in der Vergangenheit schon mal der Fall war, weil sie eben dann sich so eigene Freiräume, vielleicht auch Fluchträume herausgearbeitet haben, für sich selbst gefunden haben, die sie eben vor dem jeweiligen Partner, der Partnerin, aber auch verheimlichen und sonst zusammen ebenso dieses Familienleben, Vater, Mutter, zwei Kinder miteinander führen. Ihr wisst, ich habe euch ja in unserer privaten Comic-Cookies-Gruppe ein Bild von dem Comic geschickt, als ich den gelesen hatte und ich glaube, ihr könnt bestätigen, das ist jetzt nicht so, dass ich ständig euch irgendwelche Comics empfehlen würde, aber als ich den gelesen hatte, nachdem ich schon den ganzen, das war jetzt der letzte von diesem Matthias Lehmann-Schwung, den ich da gelesen habe, als ich den gelesen hatte, habe ich euch sofort das geschickt, weil ich wirklich so begeistert davon war, weil der mir so gut gefallen hat, zum einen, also die Aufmachung ist sehr, sehr schön, dieses quere Hardcover im Eigenverlag eben, das fand ich schon mal sehr lobenswert, also sehr interessant eben auch, dass Matthias das so macht, dann aber grafisch wirklich toll und auch atmosphärisch, erzählerisch wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend und irgendwie auch hat irgendwie was berührt in mir auch so, deswegen wollte ich euch das empfehlen und wollte es jetzt entsprechend auch unserer Hörerschaft empfehlen, das kostet 15 Euro, wie gesagt, Hardcover, auch wenn es Kleinformatik ist, aber trotzdem im Eigenverlag, jetzt auch nicht ein 5 Euro Mini-Comic, aber ein 15 Euro Comic und eben einer dieser Comics, die man wahrscheinlich nur über Matthias Lehmann selbst beziehen kann, also entweder ihn mal anschreiben, dass er es verschickt oder ihn auf irgendeiner Messe treffen und am besten ihm vorher schon sagen, dass er es mitbringen soll, weil er es sonst vielleicht nicht mit im Gepäck hat, also das ist dann quasi noch so mit meinen, meine kleine Botschaft, schaut, ob ihr irgendwie bei KünstlerInnen eben auch von ihnen selbst im Selbstverlag irgendwo mal was, was kriegen könnt, sei es eben auf Messen oder über Direktanschreiben, da gibt es richtig spannende Sachen, von denen wir wahrscheinlich oder die meisten von uns wahrscheinlich viel zu wenig mitkriegen, weil es eben nicht im Comicladen, nicht in der Bücherei, nicht in irgendwelchen Vorankündigungskatalogen oder so zu finden ist, sondern eben nur auf so Indie-Messen oder eben bei den Leuten selber. Also kennen wir uns, Matthias Lehmann, DotSpot Comics, sein Eigenverlag, starke Empfehlung von mir, haltet da mal die Augen nach auf. Hattest du schon gesagt, wie viele Seiten das sind oder habe ich es einfach überhört? Habe ich nicht gesagt, aber wie das natürlich so ist, keine Seitenzahlen in dem Comic drin, deswegen und auch, da muss man Matthias jetzt mal sagen, ein bisschen Werbung fürs eigene Zeug kann man schon auch mal machen. Also DotSpot Comics hat einen eigenen Instagram-Account, der hat glaube ich unter 100 Follower. Matthias hat den auf seinem eigenen Instagram-Account namens Comic-Matcher nicht mal mitverlinkt. Also vielleicht im eigenen Profil zumindest mal darauf hinweisen, dass da auch noch dieses DotSpot-Ding existiert. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen und ich möchte jetzt auch nicht richtig schätzen, wie viele Seiten es sind, aber es ist dicker als so ein franco-belgisches Album. Okay, alles klar. Das ist grob zur Einschätzung, also es sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Seiten oder so oder sind sie, also noch keine 300 Seiten Schinken, sondern es ist schon was anderes dazwischen. Bei Matthias ist mir vor allem aufgefallen und das unter anderem eben auch bei der Lektüre von Parallel, dass der dieses Gespür dafür hat, wie Zwischenmenschliches funktioniert, wie gerade so diese Blicke, dieses ja einfach Interagieren teilweise natürlich eben auch ohne Worte, wie das funktioniert und wie Menschen aufeinander wirken. Das wäre ja hier auch genau der Moment oder vor allem auch das Thema, also scheinbar zwei Menschen, die so ein bisschen schon langsam, aber sicher nebeneinander herleben, wo man genau sowas auch mit einbauen kann. Ist ihm das hier auch wieder geglückt? Ganz, ganz, ganz stark. Also es sind sehr viele stumme Seiten, stumme Panels in dem Sinne, es gibt ja keine einzelnen Panels, aber die Seite als Panel, total atmosphärisch erzählt, also wirklich aus den Zeichnungen heraus, aus der Figurengestaltung heraus, kommt da ganz, ganz viel rüber. Ich habe parallel, ehrlich gesagt, immer noch nicht gelesen. Ich habe die ganzen kleinen Sachen von ihm gelesen, aber das große Ding noch nicht, kommt noch. Aber so wie du das gerade beschrieben hast, genau bei Kennen wir uns, ist auf jeden Fall ganz, ganz stark wiederzufinden auch, ja. Sehr gut. Patrick, hast du Bock? Kennen wir uns eigentlich? Ja, also ich habe ja Matthias Lehmann quasi in München kennengelernt. Es war wirklich ein sympathischer Typ und ich habe ihm ja gesagt, ich kaufe dir noch einen Comelk ab. Scheiße, ich habe das Versprechen nicht eingehalten, also werde ich das bei einem der nächsten Meile sowieso einhalten müssen. Ja. und er hat wirklich ein extremes Gespür für nonverbale Kommunikation beziehungsweise für stelle Momente. Das haben wir in diesen Comics, die wir vorgestellt haben, auch immer wieder festgestellt. Er drückt viel über Mimik und Gestik aus und das Artwork gefällt mir auch. Ich hatte das Ding sogar in der Hand. Ja, beim nächsten Mal, wenn ich Matthias Lehmann sehe, werde ich auf jeden Fall einen der Comics von abkaufen. Ob es jetzt Kennen wir uns ist, werden wir dann sehen. Ja, besser so schnell, wie es geht, denn wie das eben so ist, bei so selbst publizierten Sachen sind die schneller weg, als man gucken kann. Und eine zweite Auflage gibt es auch nicht immer sofort und so, wobei das vielleicht auch wieder was sein könnte, wie ähnlich, wie zur Sonne heißt es, glaube ich, was vielleicht nochmal irgendwo anders dann auch erscheinen könnte, gerne auch bei einem Verlag oder so. Bridgestone, wie sieht es aus, zwischenmenschliche Sachen, das ist ja auch eine deiner Stärken, du weißt genau, wie Menschen miteinander und vielleicht auch ohneinander können. Erzähl doch mal, wer das war, was du lesen würdest. Ja, aber auch sicherlich basierend darauf, dass wir den tatsächlich auch kennengelernt haben und da habe ich mir auch schon gedacht, da muss ich mich mal einarbeiten, was es da Schönes gibt und wenn der Andi das so empfiehlt, dann scheint es ja sehr gut zu sein. Sehr gut. Yo, lieber Breedstorm, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, deinen zweiten Comic für heute vorzustellen. Ich habe zufällig was von Spiro gelesen, das hatte ich eigentlich gar nicht vor, weil ich den Band Happy Family von Charelle Combré und Marc Legendre schon vorgestellt hatte und er mir ehrlich gesagt nicht so zugesagt hatte, da habe ich gesagt, ja okay, warte ich vielleicht mal mit den nächsten Bänden, wie sich das so entwickelt, aber als dann natürlich Charelle Combré in München zu Gast war und ich war wieder top vorbereitet, weil ich hatte natürlich nichts mit, habe ich natürlich einen Band von ihm gekauft, um einen schönen Sketch zu kriegen und das war Zantafios Plan, wo ich eine wunderbare Stefanie vorne reingezeichnet bekommen habe von ihm. Also ich habe zu ihm gesagt, er möge gerne zeichnen, wo er Lust zu hat, weil ich glaube, wenn du den zehnten Spiro oder den zehnten Fantasio gezeichnet hast, dann ist es auch mal gut, obwohl ich habe bei Patrick gesehen, er macht da in jede Zeichnung auch noch was Besonderes rein, das hat mir sehr gut gefallen, aber die Stefanie hier finde ich auch sehr gut gelungen und da habe ich schon in der Schlange angefangen in München, den Band zu lesen und zwar basiert der Lose auf dem Vorgängerband, den ich schon vorgestellt habe, in dem eine mechanische Kleinkinderpuppe, die sprechen konnte, benutzt wurde, um den Eindruck zu erwecken, Spiro und Fantasio wären ein Ehepaar und hätten ihr Kind mit dabei und dem Band habe ich ein bisschen, sage ich mal, ja, habe ich etwas die Nase gerümpft, weil mir das teilweise zu platt war, der Humor, ich meine klar, es ist ein Funny, es ist auch für Kinder gedacht, also, aber mir war das, also, der hat mich nicht abgeholt. Hingegen jetzt Santa Feos Plan hat mich da mehr auf die Spur gebracht, ich glaube, da haben sie ein bisschen aus der Gag-Tüte reduziert und einfach mehr auf Stärken von Spiro sich besonnen und zwar geht das Ganze los, als Spiro und Fantasio unterwegs sind und Zeugen eines Diamantendiebstahls werden und sie können zwar einen der Verdächtigen da stoppen, aber so richtig klappt das halt nicht, dass sie ihm das irgendwie nachweisen können, dass das war und der Bösewicht kommt auf freien Fuß, aber als die ein paar Monate später dann sich an das Meer zurückziehen, weil sie haben noch sehr viel Arbeit zu tun, also sie wollen die Artikel ihres letzten Jahres ordnen oder sowas, sind ja Reporter, da poppt das Ganze wieder auf, weil dieser Bösewicht dann wieder da ist und es gibt eine riesige, riesige, actionreiche Handlung, in der Spiro und Fantasio sich natürlich, wie der Titel schon suggeriert auf Santafio irgendwie, den Cousin von Fantasio einlassen müssen und es geht auch sehr, sehr viel um Fisch und Fischverzehr, also es gibt so eine kleine, ja was heißt kleine, aber es gibt auf jeden Fall so einen ökologischen Wink mit dem Zauunfall, welche Fischsorten man essen sollte und welche lieber nicht, weil die vom Aussterben bedroht sind und Überfischung der Meere wird auch angesprochen, aber halt so, dass es nicht zum reinen Leer und Du-Du-Comic wird, sondern immer noch sehr, sehr unterhaltsam ist und das haben Combré und Legendre hier mit diesem Band sehr, sehr gut gemacht, den kann man auch lesen ohne den Vorgängerband Happy Family gelesen zu haben und überraschenderweise es wird auch hierzu wieder einen weiteren Band geben, wo die Handlung, also der rote Faden lose, weitergespinnt wird. Insgesamt, wie gesagt, hier tatsächlich mal wieder eine Empfehlung und ja, lasst euch drauf ein. Die Leseprobe sieht wunderschön aus und damit habe ich genau alles gesagt, was ich zu diesem Band sagen kann, weil ich glaube, was das Büro angeht, habe ich immer schon, da bin ich dann irgendwo am Ende meiner Weisheit. Wir haben, so viel sei an der Stelle schon mal vorweggenommen, eine Aufnahme von dem Panel beziehungsweise von der Lesung und dem dazugehörigen Interview mit diesem Charelle Chambré, das in den München stattgefunden hat. Die Aufnahmequalität ist, glaube ich, okay. Wenn alles klappt, dann kriegen wir hier ein, ich glaube, es war englischsprachiges Interview mit ihm, mit einem Redakteur von Karlsson. Ich glaube, sogar der Redakteur, der auch hier überleitender Redakteur für Santafios Plan war. Keine Ahnung, das hattest du, hätte ich, glaube ich, schon mal gefragt, hattest du nicht mitnehmen können, oder? Da warst du schon nicht mehr da. Ich glaube, ich habe das andere Panel mit ihm gemacht. Du meinst das, was Samstag Nachmittags war, ja. Das habe ich nicht mehr geschafft. Alles klar. Patrick, Santafios Plan, hast du irgendwelche Ergänzungen? Oder auch keinen Plan? Nein, ich habe Der Wolfsmensch gelesen, also ich habe mir gerade noch einen anderen Spiro gelesen, den der Breedstorm nicht verrissen hat. Breedstorm ist dann sehr spontan auf Santafios Plan umgeschwenkt. Santafio ist quasi der böse Fantasio oder der weniger verpeilte, der cleverere, wie ich ihn einfach nur nenne. Und nachdem ich Der Wolfsmensch gelesen habe, mich hat das auch nicht zu 100% angesprochen, aber ich fand das Artwork, klassisch, fand das Artwork stimmig. Ich fand ihn auch bei Weitem nicht so schlimm. Also ich habe nach Breedstorms halben Verriss wirklich mit einer halben Katastrophe gerechnet. Mich hat sein Wolfsmensch unterhalten, vielleicht stelle ich den in der nächsten Folge vor, damit der Spiro Cast erhalten bleibt. Schreibt das gerne mal, schreibt auch gerne mal bei den Gewinnspielen, gebt da euer Feedback dazu. Vielleicht werde ich das vorstellen, aber nachdem ich Der Wolfsmensch gelesen habe, würde ich in Santavius Plan schon reinlesen. Mich hat das ganz besser unterhalten, als ich befürchtet habe, nach Breedstorms Verriss letzten Mal. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ist Santavius Plan was, was du mal lesen würdest? Ich meine, du hast auch schon einiges hier zu Spiru und Phantasio gesagt und auch in den letzten Monaten. War das jetzt was, was sich so richtig hinter im Ofen hervorlockt? Ich sage bei Spiru und Phantasio immer das Gleiche, seit Jahren keinem gelesen, ich sollte endlich mal wieder und ich möchte immer wieder und ob es jetzt der ist oder ein anderer ist dann an der Stelle so ein bisschen egal, also ja. Danke, sehr gut. Also für unsere Spiru Fans da draußen ist das unter Umständen einer, der besser ist, als wir ursprünglich dachten. Lieber Patrick, dann ist deine zweite Vorstellung für heute am Start. Okay, also ich habe jetzt hier Batman, die Zukunft des Weißen Ritters. Es ist von Sean Murphy gezeichnet, es gibt zwei Kapitel, die nicht von ihm gezeichnet sind und die Kolorierung ist von, wir erwähnen ihn immer wieder, Dave Stewart und wenn ihr jetzt nicht die Vorgänger gelesen habt, skippt das Ganze, weil ich kann nicht auf diese Handlung eingehen, ohne gewisse Sachen aus den Vorgängern zu spoilern. Also dieser Comic setzt direkt an nach der Fluch des Weißen Ritters und dem Harley-Quinn-Spezial, also auch das Harley-Quinn-Spezial war im Prinzip handlungsvorantreibend in der Geschichte des Weißen Ritters und wie es der Titel schon sagt, die Zukunft des Weißen Ritters, ein gewisser Terry McGuinness wird hier eine Rolle spielen, aber es ist eine andere Interpretation, die so gewisse andere Elemente haben. Jeder, der die Serie Batman of the Future gesehen hat beziehungsweise irgendwann wurde das aufgeklärt, mit wem ist Terry McGinnis verwandt. Das ist hier nicht der Fall, also da haben die wirklich mal eine andere Interpretation losgelassen. Bruce Wayne ist nach wie vor im Knast, Harley Quinn hat jetzt ein paar Kinder, also sie ist Mutter und der Staat wurde jetzt quasi von diversen Batman-Anzügen überrannt, also im Prinzip ist Batman hier fast schon eine Art Tony Stark, weil man sich hier die Technik von seinem Anzug quasi bemächtigt hat und jetzt so eine Art polizeilich den Staat mit Hilfe dieser Anzüge daraus gemacht hat. Deswegen meint Batman, okay, verdammt, ich muss jetzt fliehen und fast zeitgleich bricht ein gewisser Terry McGinnis im Labor von Bruce Wayne ein und stiert diesen berüchtigten Batman-of-the-Future Anzug und damit nimmt das Ganze eben seinen Lauf und wir erleben hier eine recht herzige Story. Es werden auch gewisse Elemente aus Arkham Knight, Batman Arkham Knight quasi genommen, die dafür sorgen, dass das Ganze nochmal eine sehr, sehr lustige Dialoge hat. Mit wem nehme ich jetzt hier nicht vorweg, aber alle, die Batman Arkham Knight äh, nicht Arkham Knight auf jeden Fall das Game gezockt haben, die wissen, worauf es hinausläuft. Es gibt hier auch immer wieder mal Perspektivwechsel, also das Universum wird auch erweitert. Wir kriegen hier auch einen Charakter vorgestellt, der ein Batman-Team mitmischen will. der Höhenangst hat, was ich sehr lustig fand. Und ja, auch Harley Quinn, die hier wirklich, obwohl es Dutzend Harley Quinn-Comics gab, ich fand hier ihre Rolle als Mutter recht interessant. du hast hier nicht mehr nur die durchknallte Harley Quinn, sondern du hast hier eine Harley Quinn, die ist irgendwo ein Stück weit geerdet, die versucht alles für ihre Kinder, die will sie beschützen. Generell zieht sich hier dieses Thema Familie, also nicht nur, weil Bruce Wayne ein Halbweise ist, sondern weil auch Terry McGinnis ein Halbweise ist und weil auch das Thema Robins hier aufgemacht wird, fand ich das schön erfrischend, was hier gemacht wurde. Also es ist für mich so ein richtig schön herzlicher Batman-Comic, wo ich nicht gedacht habe, okay, dass ich das hier mal sage. Mit 30 Euro spürt man hier dann eben doch so ein bisschen die Inflation. Leider ist das auch bei den US-Ausgaben. Spürt der Kost hier 1 Cent weniger als die deutsche Ausgabe. Und es sind insgesamt 10 US-Hefte drin. Mich hat dieser Batman-Comic trotzdem ziemlich gut untertänt. Ja, du kannst bei Batman wenige neue Stories erzählen. Auch dieser Comic erzählt im Prinzip nichts mehr Neues. Aber schon allein, in diesem Charakter-Building mag ich die White Knight-Reihe. Extrem. Also es ist im Prinzip wie so eine fortlaufende Batman-Serie, die mir Spaß gemacht hat, wo ich auch die gealterte Bruce Wayne-Interpretation, auf die es jetzt hinausläuft, interessant fand, wo ich auch die anderen Charaktere, die hier eingeführt werden, gut fand. Wo ich noch so einen leichten Feind-Beigeschmack hatte, war eben, dass man hier merkt, dass Terry McGuinness seinen White Knight-Universum ausbauen will. Also er führt hier diverse andere Charaktere ein und er kündigt auch im Nachwort quasi an, ja, es wird das und das Spin-Off noch geben. Das werde ich mir ansehen. Es hat nur so einen seltsamen Beigeschmack. Ich fand, bisher konnte dieses Batman-Universum, dieses White Knight-Universum für sich stehen. Sobald ich da anfange, das auszuschlachten, bin ich da immer erst mal skeptisch, auch wenn ich es mir durchlesen werde. Trotzdem, trotz der 30 Euro für die 10 US-Hefte fand ich das ein stimmiges Batman-Paket, das hat mir Spaß gemacht. Ich mochte diese dystopische Zukunft und das Charakter-Building, also eine Empfehlung von mir mit leichten Abstrichen, wenn ihr merkt, okay, 30 Euro, da ist die Hemmschwelle wieder. Du hast irgendwann gesagt, Terry McGinnis baut hier sein Batman-Universum aus, du meintest John Murphy, ne? John Murphy, ja, Terry McGinnis, aber auch Terry McGinnis baut hier auch sein Batman-Universum aus. Ja, natürlich John Murphy, sorry. Ja, Mensch, prima, die Zukunft von John Murphy's Batman, die interessiert mich ja schon. Also ich habe ja immer noch umgelesen diesen Harley Quinn-Band von dir und ich fand das eigentlich immer alles ganz cool. Ich denke auch, dass es mal einfach halt tendenziell sogar gar nicht schlecht ist, wenn gerade dieses Universum ein bisschen ausgebaut wird, diese Interpretation, denn das ist eine tatsächlich der letzten Jahre, die mir besser gefiel und es ist fast ein bisschen schade, dass dies nicht irgendwie auch in die reguläre Reihe geschafft hat, aber dafür ist sie halt dann schon irgendwie zu anders als das, was wir sonst so geboten kriegen. Und vor allem auch nochmal ganz anders als das wie jetzt aktuell der Chad Sadarsky war es glaube ich oder Chad Sadarsky oder Chip, Dankeschön, wie der Chip Sadarsky, das ist wieder auch krass Action und so. Das ist hier irgendwie eine andere Form von Action, natürlich auch eben letztlich einfach wieder so eine Elseworld-Geschichte. Ob das jetzt Black Label hat sein müssen oder einfach Elseworld hat heißen können, darüber müssen wir an anderer Stelle nochmal sprechen. Aber jetzt führt man hier natürlich auch Terry McGuinness ein, was ich auch total interessant finde. Also ich glaube, ich komme nicht drum rum, mir das Ding auch wieder zu besorgen. Patrick, wenn du ein Ranking machen müsstest aus den vier Bänden, in welcher Reihenfolge stünde dieses Ranking? Also wenn wir uns die ersten beiden Weißen Ritter-Dinger angucken und dann noch den Harley Quinn-Band und jetzt hier die Zukunft des Weißen Ritters, in welcher Reihenfolge würdest du die ranken? Was war der Beste und was der Schlechteste? Also ich mochte die alle auf ihre Art sehr. Für mich war der erste im Prinzip der Beste, was für mich da noch neu war. Ich fand dieses Thema cool. Also ich würde den ersten, den vierten, den, äh ne, ja doch, den ersten, den vierten und dann den Harley Quinn-Band dazu ordnen. Aber auch den Harley Quinn-Band fand ich eben wirklich extrem sympathisch, weil wir dann eine andere Facette von Harley Quinn abbekommen haben. Harley Quinn wurde eben die letzten Jahre so inflationär benutzt, dass sie sich für mich schon teilweise richtig abgenutzt hatte. Und was die mit ihr in diesem Universum machen, das hat mir auch gefallen. Das hat ihr noch mal Charaktertiefe gegeben. Das hat ihr andere Facetten abverlangt, die wir sonst von ihr kennen. Und wie gesagt, ich will dieses Element nicht spoilern, aber es gibt ein gewisses Element, das haben die aus einem der Arkham Games recycelt. Und das sorgt für extrem lustige Dialoge. Da ist der zweite Band, äh, nee, die Zukunft des Weißen Ritters ist hier wirklich so die Nummer zwei, dann Harley Quinn und dann die Nummer drei. Aber das ist wirklich so ein Nutpicking, das ist wirklich Meckern auf einem Ruhniveau. Die sind also alle gut, ich merke schon. Fällt dir schwer? Das ist ja auch gut und spricht für die Reihe. Ja. Und ja, bei Batman kannst du echt schwer was Neues erzählen, aber wenn es dich entertaint, dann macht der Comic alles, was er soll. Lieber Anni, bei dir weiß ich, dass du auch schon viele gute Worte gefunden hast zu ziemlich allem, was von John Murphy kommt. Ich weiß aber auch, dass du, das hattest du bei der letzten Besprechung zu diesem Batman-Comic gemeint, nicht so unbedingt der größte Fan dieses Superhelden bist. Die Kombination mag für dich interessante sein. Jetzt geht es ja auch noch um Terry McGuinness, diesen Batman of the Future. Ich weiß nicht, ob du den vorher kanntest, aber wäre das denn jetzt vielleicht ein Grund mehr für dich da reinzuschauen? So, jetzt du hast mich gerade verwirrt mit verschiedenen Aussagen. Was soll ich das gesagt haben? Schau mal auf die Fernsehklasse schon, das weiß ich. Ja, ja, also wobei ich gar nicht so viel von seinen Sachen gelesen habe, aber seine Zeichnisse finde ich super und ich habe den ersten White Knight Band gelesen. Also seine Batman-Interpretation kenne ich und auch sehr gemocht und bin prinzipiell auch interessiert an den weiteren Bänden. Ich weiß, ich glaube, das Harley Quinn-Ding hat ja Matthias Galera gezeichnet, von dem ich auch Riesenfan bin. Definitiv einer der besten Zeichner gerade im amerikanischen Mainstream. Also von daher, also ja, Batman an sich die Figur mag ich, auch wenn ich jetzt neulich mit der regulären Reihe einfach nicht ganz klar gekommen bin, weil es halt einfach so ein Heft war. Aber an sich, ich meine, wer mag Batman nicht? Also ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht direkt mit dem Band anfangen, ich würde wahrscheinlich erst mal den zweiten Band lesen, bevor ich den reingehe, den ersten kenne ich ja schon. Terry McGinnis, ich habe natürlich auch die Trickserie damals halt gesehen, das war ja dann eigentlich auch so meine Zeit mit der Batman Animated Serie und dann eben auch den Nachfolgeserien und da war natürlich auch Batman Beyond, Schrägstrich, Batman of the Future mit dabei. Von daher, ja, bei Gelegenheit lese ich das bestimmt irgendwann mal. Sehr gut. Bridgestone, was meinst du zu dem Comic? Hast du da Bock drauf? Ich hatte nach dem zweiten Band so ein bisschen Bedenken, dass, dass mich das länger fesseln kann, ob das nicht besser ist, wenn das, wenn er bei einem Band geblieben wäre, aber wenn ich jetzt höre, sie haben sich jetzt andere Figuren rausgepickt, finde ich das eine gute, konsequente Entscheidung und ja, mal gucken, was sich so auf dem Gebrauchtmarkt tut. Ja, an Backlist, privater Backlist mangelt es dir wahrscheinlich auch nicht. Dann ist der Moment gekommen, wo ich meinen Zweitcomic für heute vorstellen möchte. Die Rede ist von Usagi Yojimbo mit dem Titel Samurai, den trägt nämlich der zweite Band der Reihe, den hat mir der Josch vom Dattes Verlag ans Herz gelegt, ich sollte den mal lesen und das hatte ich auch wirklich vor und habe das relativ spontan auch noch gemacht gestern, das Ding liest sich echt optimal nach einem Rutsch weg und das ist Band 2 und nicht Band 1. Warum ist denn das so? In Band 1 sind letztlich einfach Kurzgeschichten gesammelt, die erschienen sind, bevor die reguläre Heftserie von Usagi Yojimbo losging. Das Ding stammt ja von niemand geringeren als Stan Sakai und der erzählt hier die Geschichte eines Hasen im alten Japan, ich habe ja auch irgendwo eine Jahreszahl gefunden, mal so für die Einordnung für Leute, die so richtig Ahnung haben, feudales Japan, spätes 16. beziehungsweise frühes 17. Jahrhundert und Usagi Yojimbo, das kann man wörtlich übersetzen mit Leibwächter Hase, ist genau das, ein Samurai, der aber ein Hase ist, weil nämlich alle Figuren in diesem Universum hier irgendwelche Tiere sind, also Anthropomorphe Tiere, Tiere in Menschengestalt, die tendenziell Menschenabenteuer erleben und ist auch, zumindest jetzt hier in diesem Band, relativ egal, was für Tiere die eigentlich sind. Und das ist auch in dem Fall hier die Sammlung der ersten Comics aus der regulären Heftserie. Die längste Story darin ist die titelgebende Samurai-Story, in der wir letztlich die Origin von unserem Hasen erzählt bekommen, wie er als Kind irgendwann in die, wenn man so will, Schule seines Lehrmeisters gekommen ist, wie er von dem gelernt hat, welche steinigen Wege er da gehen musste und dann eben auch wie er dann davon ausgehend an einem Wettkampf teilgenommen, den gewonnen und ja irgendwann vielleicht auch zum Ronin geworden ist. Ein Ronin ist, soweit ich das richtig verstanden habe, ein Samurai ohne Herr. Ja, also erst dann nachdem er an dieser Schule war, irgendwann auch noch im Dienst eines Herren gewesen, eines wohlhabenden Herren, der hier auch eher positiv dargestellt wird und naja, irgendwann ist er halt nicht mehr der Samurai dieses Herren. Und dass du die Ausgangsgeschichte, es gibt inzwischen unzählige Hälfte davon, das Ding gibt es, oh Gott, ich glaube, die erste Ausgabe ist erschienen 1984, diese Reihe ist damit älter als ich es bin und trotzdem gilt sie in gewissen Kreisen als herausragend, als Meisterwerk und deswegen habe ich mich darauf gefreut, hier mal mehr von zu lesen. Ich kannte schon das Crossover mit den Turtles, das kriegt man auch beim Dattes Verlag und sagen wir mal so, das steht jetzt qualitativ dem einiges nach, das muss man also nicht unbedingt gelesen haben. Man kann hier sehr gut mit Band 2 einsteigen, Band 1 zu kennen ist auch nicht zwangsläufig notwendig, da gibt es vermutlich, das interpretiere ich jetzt eben so, eine Story, in der der Usagi ein Kopfgeld kriegt für irgendwas, was er tut und dieses Kopfgeld, damit bezahlt der Dinge, die hier in diesem Band passieren, aber das so die Informationen, also es funktioniert auch wirklich ganz gut ohne den ersten Band. Das ist ein interessanter Comic, der in Schwarz-Weiß daherkommt, der auch wirklich, tatsächlich die ganze Reihe, bis auf wenige Ausnahmen, tendenziell auch so eine One-Man-Show von Stan Sakai und der präsentiert uns hier, ja erstmal grundsätzlich nur diese Kriegergeschichte, ist eine Heldengeschichte und irgendwann wird diese Heldengeschichte halt so ein bisschen so Söldnermäßig, er kriegt Geld dafür, dass er Menschen hilft, die in Not sind, das ist so ein bisschen wie A-Team, nur halt im feudalen Japan und unterhaltsam und kurzweilig und wenn man das heutzutage liest und hat schon tausend andere Sachen gelesen, dann ist das was, was einen vielleicht jetzt sag ich mal inhaltlich nicht vom Hocker haut. Dafür, dass du viele Jahre auf dem Buckel hast, ist es halt letztlich erstmal nur eine Abenteuergeschichte von einem Typen, der rumreißt und wie gesagt einen auf A-Team macht, ist es dann schon wieder so ein Meisterwerk, denn wir haben hier, das habe ich irgendwo gelesen, wahrscheinlich sogar im Anhang, gibt es hier die sogenannte Sakai-Kamera, das ist also quasi die Führung der Panels und vor allem auch die Perspektive der Panels auf die Figuren, auf das, was da passiert so und an einem exemplarischen Beispiel können wir das hier mal festmachen, das ist halt so diese Kampfszene, gleich so die allererste sogar glaube ich, das ist ein Kampf mit wenigen Worten, zwei Samurai stehen sich gegenüber, sie verbindet eine lange Geschichte und es werden Schwerte gezückt, welche Schwerter das sind, wie die heißen, warum es ein kurzer Langschwert gibt, wo man die herkriegt und was für Namen und Bedeutung die haben, wird alles hier in diesem Comic erklärt, nun ja, die beiden stehen sich gegenüber, es kommt zu einem schnellen Move und wieder stehen beide regungslos da, einer von beiden fällt um, ist tot, zack, das haben wir in der Form schon ungefähr hunderttausend Mal in anderen, vor allem Filmen, also ich habe das so gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so vor allem für US-amerikanische Verhältnisse eines der ersten Male gewesen sein dürfte, 84 halt, meinetwegen Sammelband ein paar Jahre später, dass das noch relativ neu und relativ cool war, hinzu kommt, dass wir in einem angemessenen, unterhaltsamen und wirklich netten Rahmen auch ganz viele Dinge erklärt kriegen, gerade so Fremdworte, auch so Settings, was isst man, was trinkt man, hier wird ständig dieser Sakewein getrunken, dieser Reiswein ist das ja, glaube ich, wie heißen diese Schwerter, wie gesagt, darauf bin ich schon eingegangen, was ist auch ein Ninja, was ist ein Samurai, wo sind da die Unterschiede, all das sind Dinge, die werden hier auch besprochen und so und das finde ich alles ganz cool und wie gesagt, es funktioniert viel über, auch wieder wie immer bei so Comics üblich, Mimik und Gestik, dann der harte Weg, den unser Schüler gehen muss, bis er dann endlich der ausgebildete Samurai ist, all das sind Dinge, die habe ich hier gern gelesen, die haben mir Spaß gemacht und die kommen, was das Artwork angeht, auf zwei, auf diverse besondere Art und Weisen her, ich habe jetzt schon, wie gesagt, dieses Sakai-Kamera da angesprochen, aber eigentlich will ich zwei Sachen nochmal erwähnen, zum einen ist es so, dass wir ja im Grunde nach diese anthropomorphen Figuren haben, ja, also das sind teilweise relativ simple Gesichter, wenn da so ein Hase halt jetzt gezeichnet wird, der hat so einen Punkt und noch einen Punkt und das sind die Augen und dann spitze Nase und vielleicht irgendwie, also das wirkt fast schon, ich will nicht wieder cartoonig sagen, weil mir die Worte fehlen, aber es wirkt eher simplifiziert in der Darstellung und dann achte ich aber mal auf Hintergründe, dann achte ich mal, wie gesagt, auf diese Perspektiven, dann achte ich auf vielleicht die ersten Seiten, die tendenziell immer noch ein bisschen detailverliebter sind als andere Seiten sind, dann achte ich vor allem aber auch mal auf die Klamotten und dann fällt mir auf, dass das wirklich extrem ausgearbeitet ist zeitweise und damit auch sehr ästhetisch und ansehnlich, obwohl da eigentlich jetzt gerade ein Hase gegen irgend so einen Rhinozeros kämpft und das hätte man auch ganz sehr viel simpler darstellen können, ist halt nicht geschehen, also es gefällt mir, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, sehr gut, auch wenn es schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Slapstack, aber eben so, also es hätte die Tendenz, stumpfen Humor zu präsentieren, tut es aber letztlich nicht und das finde ich gut und dann ist noch ein so ein Ding, ich glaube, das ist ein Running Gag, ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie irgendwo aufgelöst wird, aber wir haben ständig gerade bei Szenen, die draußen spielen, also so kann man es gar nicht sagen, wir haben es eigentlich immer mal wieder, Szenen, wo so kleine Dinos auftauchen, das sind irgendwie so Echsen oder so, ich weiß gar nicht genau, was das ist und was die sind, aber die krabbeln dann mal am Baum hoch, die sitzen in meinem Leben neben dem Tisch und lassen sich von unserem Usagi füttern und irgendwie so und das ist ganz lustig, also ich weiß nicht genau, was da noch mit angestellt wird oder nicht, aber ich finde es cool, glaube ich, ich finde es nicht nervig, die haben auch keine Sprachrolle oder keine Gedanken oder so, die formulieren da nicht das aus, was wir Lesenden in dem Moment eigentlich denken sollten oder so, nö, die sind einfach auch da und machen irgendwas, das ist ganz lustig. Ja, es wird dann auch später gerade in den Kurzgeschichten werden noch vereinzelnd weiterer Charaktere eingeführt, man hat schon das Gefühl, als wären hier diese ersten Hefte, die wir hier in diesem Sammelband haben, wirklich dafür geeignet, uns einen Einstieg in die Welt zu geben, gerade was ist eigentlich Usagis Vergangenheit, mit welchen anderen Kindern ist er aufgewachsen, was ist aus diesen Kindern geworden, hatte er einen Rivalen in jungen Jahren, wen hat er in seiner Ausbildung kennengelernt und auch danach, das wird hier schon alles wirklich punktuell mit angeschnitten und erklärt und ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne es zu wissen, dass in den Folgebänden, davon gibt es echt einige, soweit ich weiß, inzwischen beim Dantes Verlag, der relativ dankbar dafür ist, dass er diese Lizenz bekommen hat, denn in Deutschland wollte sie irgendwie scheinbar niemand weiter, dass da noch einiges auf uns zukommt und einige interessante Sachen drinstehen und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, hier nochmal irgendwann weiterzulesen bei Usagi Uyimbo, einer Sammelbandreihe, die wir aktuell beim Dantes Verlag in Deutschland bekommen. Patrick, du hast jetzt gerade gemeint, oh ja, hast du schon irgendeinen der Bände gelesen, jetzt fangen wir nicht an mit dem Crossover mit den Turtles. Das habe ich natürlich auch gelesen, ich habe sogar bei der Turtles Box diese eine Crossover-Folge mit Usagi Jujimbo, nein, ich habe, nachdem es Andi Preller so sehr empfohlen hat, habe ich natürlich Space Usagi gelesen und da hat Andi Preller ja auch erwähnt, dass er das ins All verfrachtet hat, weil eben Usagi, ne, weil eben Stan Sakai Dinos so sehr mag und er hat es deswegen in die Zukunft verfrachtet, damit er auch Dinos zeichnen konnte. Du liegst gar nicht mal so verkehrt mit der Vorliebe für Dinos. Das hat er dann mit den Echsen eben angedeutet, würde ich sagen, beziehungsweise irgendwie ansatzweise ausgelebt. Ich habe noch ein paar andere Sachen gelesen, ich mag seinen Strich irgendwo zwischen minimalistisch und detailliert, cartoonig, manga-esk, also da fließen so viele Einflüsse mit rein. Ich finde, Stan Sakai ist so ein Meister seines Fachs. Ich sehe sein Artwork wirklich sehr gerne. Die Storys hast natürlich ein Dutzend Mal gelesen, aber ich mag eben wirklich so seinen Stil, ich mag seine Zeichnung, selbst wenn er dann das Schwarz-Weiß koloriert hat, selbst da hat er so eine Perfektion drin, also selbst dann sieht das nicht abstoßend aus. Also ja, ich sollte deutlich mehr Usagi Dujimbo lesen, das was ich gelesen habe, hat mich gut unterhalten. Also wenn ihr generell so Sachen wie Ronan Samurai und so mögt, ja, lest das Zeug, das macht Spaß, nur setzt euch in die Zeit von 1984 rein, wo eben nur ein Frank Miller sich an Ronan zum Beispiel ausgetobt hat, wo diverse amerikanische Künstler eben diese Kultur zu uns gebracht haben. Jetzt habt ihr hier das Original, ihr könnt das lesen und ja, ich verstehe, wieso Josh da so stolz drauf ist. Ich hatte auch mit jedem der Bände Spaß dran und ja, auch wenn es mir wehtut, der Turtles Band verwirklicht der schlechteste bisher von ihm. Trotzdem hat es mich gefreut, da dieses Crossover zu sehen. Lieber Andi, ich kann mich leider nicht mehr ganz im Detail dran erinnern, wie deine Besprechung zu Space Usagi gewesen ist. Erzähl mal, hattest du da noch andere Bände von dem mal gelesen? Ich habe den ersten Band tatsächlich gelesen, diese ersten Kurzgeschichten und dann habe ich noch so vereinzelte Hefte gelesen, irgendwie so Free Comic Book Day gab es mal ein Heft oder irgendwie sowas, also ganz vereinzelt, aber das ist, soweit ich das zumindest einschätzen kann, tatsächlich auch das Schöne, dass man eben auch einfach mal so einzelne Geschichten lesen kann, auch wenn es ganz, ganz viele Hefte, ganz viele Sammelbände mittlerweile gibt, man kann einfach mal zu einem greifen und das lesen und hat was, was auch irgendwie halbwegs in sich abgeschlossen ist und hat ein schönes Abenteuer. Ja, also Zeichenstil großartig, als ich damals den ersten Band gelesen habe, das war so einer dieser Comics, wo ich einzelne Panels oder einzelne Sequenzen abfotografiert habe und an einen Freund geschickt habe, weil ich einfach so toll fand, wie er mit Zeit umgehen kann auch, wie er einerseits Zeit beschleunigen kann, aber andererseits auch Zeit dehnen kann, wie er gerade in so einem Schwertkampf, wenn Usagi gegen mehrere Gegner kämpft, wie er das auch in einem Panel quasi so eine Sequenz, so eine Bewegung zeichnen kann und ja, so eine Gleichzeitigkeit oder eben eine Nachfolge von unterschiedlichen Bewegungen, aber alles in einem Panel, also da war ich sehr, sehr, sehr begeistert. Ganz tolles Ding, also ich habe ja auch zu wenig davon gelesen eigentlich, sollte ich auch mal mehr davon lesen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich eine ganz tolle Reihe und was du ja auch gesagt hast, was ich glaube ich auch bei Space Usagi gesagt habe, diese leichte Schere, die sich im Kopf aufmacht zwischen so der Niedlichkeit der Figuren, aber dann auch so der Brutalität und der Tragik auch teilweise in der Geschichte, finde ich eine ganz spannende Mischung. Genau wie du sagst, Andi, das hat der Josh nämlich auch gemeint, man kann sich eigentlich ziemlich jeden Sammelband schnappen, gut, das muss er als Verleger vielleicht auch so formulieren und kann dann da reinlesen, weil die eben tendenziell eher abgeschlossene Arcs haben und ich meine, das ist halt ein Samurai-Hase, er läuft rum und macht Dinge, die Samurais so machen, also da ist jetzt auch relativ wenig, sag ich mal, roter Faden und Continuity und so und deswegen hat er also gemeint, kann man das wirklich jederzeit machen, das heißt also, falls man irgendein Band ausverkauft sein sollte, dann nutzt es auf jeden Fall die Gelegenheit, einen anderen zu lesen, davon gibt es ja mehr als genug. Ich bin jetzt auch so ein bisschen versucht, dann doch nochmal reinzulesen in meine digitale Sammlung von, ich weiß nicht genau, Lone Wolf and Cup heißt das glaube ich, die auch in diese Richtung geht, das habe ich auch nahezu komplett digital da und noch nicht eine Seite davon gelesen, vielleicht werde ich da auch nochmal einen Blick reinwerfen und dann berichte ich hier, wie es mir gefallen hat. Lieber Breedstorm, Usagi Yojimbo, wie sieht das aus? Hast du davon schon mal Seiten gelesen? Ja, bevor Dantes das rausgebracht hat, habe ich mir von Dark Horse den ersten, ja Monsterband ist das eigentlich, auch so ein, wie Panini das früher hatte, diese großen Sammelbände, allerdings komplett in schwarz-weiß, hatte ich gelesen, fand es auch okay, aber ich hatte jetzt nicht den Impuls, da zu sagen, da brauche ich jetzt plötzlich alles von. Also, weil dafür habe ich noch zu viele andere Sachen, die ich noch nicht gelesen habe und da habe ich die Priorität gesetzt, dann erst mal was anderes zu lesen. Da bin ich übrigens absolut bei dir. Also unmittelbar jetzt fort- und zeitnah muss ich auch keinen weiteren Band davon lesen, weil ich zum Beispiel tatsächlich glaube, dass hier ein großer Arc über drei, vier Bände hinweg gar nicht mal so schlecht wäre und der Figur eine gewisse Tiefe verleihen würde, die eben über dieses A-Team-Level hinausgehen würde. Und vor allem schaut euch nicht den Netflix-Film an, der repräsentiert den Stil von Stan Sakai nicht mal ansatzweise. Also wenn ihr damit Spaß habt, bin ich fein. Für mich hat es den Stil eben wirklich nicht rübergebracht und sah so generisch 0815 aus. Ich hatte mit dem Netflix-Film da mal Schwierigkeiten. Stimmt, es gibt auch diese Serie dazu, das habe ich ganz vergessen, die ist auch noch am Start. Alles klar, dann ist ja gekommen, der Moment, wo wir unsere jeweiligen Individualvorstellungen abgeschlossen haben und hier nun und jetzt zu unserer großen gemeinsamen Besprechung aufbrechen in der... Masu Schmiedstochter von Ines Kort. Das ist so ein Comic, den wollte ich besprechen. Ich habe den mal in die Runde geworfen, lass doch mal drüber reden und den habe ich schon ganz lange aufgeschwommen, denn ich habe irgendwann mitbekommen, dass der rausgekommen ist und ich habe irgendwann mitbekommen, dass in meiner Bubble alle ganz positiv davon gesprochen haben. Also mir wird auf die Schnelle kein Podcast einfallen, wo entweder die Ines oder gar konkret dieses Werk schon mal nicht irgendwo positiv genannt worden ist und ich wollte es dann irgendwann digital lesen und so, aber glücklicherweise habe ich sie in Leipzig dann getroffen. Bei der Buchmesse habe ich ihr das Ding abgekauft und offiziell ist das ja übrigens das Geschenk an meine Tochter. Das heißt also, es ist nicht mein Comic, den wir heute besprechen, sondern der meiner Tochter und da hat mir die Ines auch noch eine nette Zeichnung von herein gemacht mit Signaturen, alles, was man sonst noch so haben möchte. Ja, Masu Schmidstochter. Andi, ich würde jetzt ganz unvorbereitet die Frage mal an dich richten. Vielleicht magst du uns mal in wenigen Worten die Story von Masu zusammenfassen? Traust du dir das zu? Ja, kriege ich bestimmt halbwegs hin. Also, es ist eine Fantasy-Geschichte in so einem klassischen mittelalterlichen Fantasy-Setting mit verschiedenen Wesen und Kreaturen. Auch, ja, jetzt nicht so das klassische Tolkien-Inventar an Charakteren, sondern Ines hat sich da schon auch eigene Völker und Lebewesen ausgedacht. Und die titelgebende Masu ist, wie auch titelgebend, die Tochter eines Schmiedes. Und wie das in solchen Fantasy-Geschichten ist, da gibt es aber den einen großen Bösewicht, der irgendwie alle unterjochen will. Und der entführt ganz viele Schmiede, damit die eben für seine Armee und für seine ganzen Missetaten das Eisen für ihn zubereiten und herbereiten können und schmieden. Und Masu begibt sich dann auf die Suche nach ihrem Vater, der entführt wurde, begibt sich also in das Land des Bösen, um ihren Vater zu finden und ihren Vater zu befreien. Und auf dem Weg dorthin trifft sie eben ganz viele von diesen unterschiedlichen Völkern und Lebewesen, die so in dieser Welt leben und versucht, die so zu motivieren oder die Unterstützung zu finden, eben auf der Suche nach ihrem Vater. Und dann gibt es am Ende halt einen großen Showdown und so, wie man das aus solchen Fantasy-Geschichten kennt. Ja, ich denke, das ist soweit die Zusammenfassung. Ihr könnt natürlich gerne was ergänzen. Ja, die Abenteuerreise einer jungen Heldin. Lieber Breedstorm, ich habe ja gemeint, dass ich das meiner Tochter geschenkt habe. Glaubst du, das war eine gute Idee? Das kommt auf deine Tochter drauf an. Also wie alt ist sie jetzt gerade? Fünf. Okay. Fünf, ja. Also es gibt natürlich auch ein paar Szenen, die vielleicht eine Kinderpsyche ein bisschen unheimlich auffassen könnte. Das weiß ich nicht. Aber da kannst du sie, glaube ich, besser einschätzen. Ich weiß nicht, wie sie da sozialisiert ist. Ja, erzähl doch mal. Würdest du generell glauben, dass es auch was ist für ein junges Publikum? Oder muss man hier schon erwachsen sein? Muss man Fantasy kennen? Muss man sich mit epischen Schlachten und vor allem viel Blut auseinandersetzen können? Nö, das nicht unbedingt. Aber ich fände es gut, wenn man schon selber lesen könnte. Also ich hätte es wahrscheinlich dann, ja, so mit acht oder so, was hätte ich da vielleicht gesagt, wäre da ein Alter, wo ich gesagt hätte, ja, dass, wenn sie das selber lesen könnte und sich auch die Zeit nehmen kann, selber zu entscheiden, wann geht es zum nächsten Panel und so weiter und so fort. Da, das wäre eher meine Vorstellung. Aber du kannst es natürlich, wenn du das vorliest, so wie du das wahrscheinlich machen wirst, kannst du das natürlich auch steuern. Es ist niedlich gezeichnet, aber ich finde, es hat gewisse Elemente, wo ein Kind vielleicht sagen könnte, das ist irgendwie unheimlich. Absolut, es sind dunkle Szenen drin. Es ist auch teilweise ziemlich traurig. Ich sage nur, die Wolfsmutter und ihr Schicksal, dass sie dann quasi mal so quasi erst ihre zweite Tochter aufnimmt. Gerade in ihrem Charakter ist auch sehr viel Tragisches drin. Es könnte für Kinder auch ein wenig traurig sein. Es ist nicht nur unheimlich, sondern in dieser ganzen Knuddeloptik ist auch sehr viel Trauriges drin, und sehr viel Melancholisches. Teilweise würde ich sogar fast schon sagen, es ist für Kinder frustrierend, weil fast jeder Charakter sagt dieser mal so, nee, du bist jetzt noch nicht bereit dazu, das schaffst du nicht alleine. Lass es besser. Also gefühlt wirklich jede zweite Seite oder alle fünf Seiten sagt jemand, nee, das schaffst du nicht. Die geht dann traurig allein weiter, bis dann irgendwann diese Wolfsmutter dazu kommt. Es kann auch für Kinder vielleicht ein Stück weit frustrierend sein, dieser Comic. Aber Blitz, und vielleicht nochmal zurück auch zur Frage, ich frage ja auch gezielt so ein bisschen wegen Gewalt und so, ne. Ich spoil jetzt hier mal was, und zwar die Frage mit dem Schwert. Sie hat nämlich ein Schwert dabei. Sie ist nämlich eine Schmiedstochter, und irgendwoher hat sie dieses Schwert gezaubert. Ich glaube, so eine richtige krasse Kämpferausbildung wird sie nicht bekommen haben. Aber sagen wir mal, so richtig viele Schwertkämpfe mit diesem Schwert sehen wir ja nicht. Findest du es eigentlich gut, oder findest du es nicht gut? Also mich hat das nicht besonders gestört, weil ein Schwert natürlich auch ein Symbol einfach sein kann. Für einen Mut, den sie vielleicht auch aufnimmt. Und also das hätte überhaupt nicht gepasst, wenn das jetzt so ein Martial-Arts-Comic wird, wie Usagi oder irgendwas. Das hätte nicht gepasst. Ich glaube, die Ines Kort wollte auch so eine leicht melancholische Stimmung da reinbringen, und es passt hervorragend zu ihren Zeichnungen. Und ich habe mich als Erwachsener sehr gut damit unterhalten gefühlt, was mir nicht bei allen All-Ages-Titeln gelingt. Aber mit ganz kleinen Kindern würde ich das vermutlich nicht machen. Aber jeder muss natürlich sein Kind selber kennen, sehen, was das sonst vielleicht so sich reinfährt. Und das musst du dann selber entscheiden. Ja, absolut. Die Ines Kort ist ja auch keine Unbekannte. Also die sitzt halt auch wirklich ständig am Stand vom Schwarzen Turm. Ich weiß gar nicht so genau, was sie sonst noch so in ihrer Vita hat, insbesondere so im Comic-Bereich. Ich glaube, dass sie viel illustriert auch nebenbei. Andi, kanntest du die noch von anderen Sachen? Da stellst du jetzt eine Frage. Also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht genau, ob ich den Namen vor Masu schon mal mitbekommen habe oder nicht. Aber ich könnte die jetzt auswendig auch nicht andere Werke sagen, außer dass ich weiß, dass sie eben in den letzten Jahren auch an den drei Fragezeichen und so gearbeitet hat. Aber vor Masu weiß ich es jetzt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich den Namen schon mal vorher mitbekommen gehabt, vielleicht auch nicht. Also Masu ist ja, also wir haben jetzt hier den Sammelband, der 2018 mit dem Schwarzen Turm erschienen ist. Die Reihe ist ja eigentlich vorher schon als Webcomic erschienen. Ich glaube ab 2014 schon. Also auf Tapas zu lesen und vielleicht auch noch woanders. Von daher ist es ja eigentlich schon noch eine ganze Ecke früher, dass sie Masu gemacht hat. Noch früher weiß ich nicht. Ja, erzähl doch mal, wie hat es dir eigentlich gefallen? Wir haben hier eine junge Frau, die ein Abenteuer erlebt und dabei auf ganz viele wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diverse Menschen und sagen wir mal Figuren vielleicht viel eher trifft. Was für Eindrücke hattest du beim Lesen von Masu Schmidstochter? So, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen so die Gegenposition ein. Damit will ich nicht sagen, dass ich den Comic schlecht fand, aber ich habe einfach für mein persönliches Leseempfinden durchaus auch Kritik an dem Band. Ich habe den 2018 gekauft, als er rauskam auf dem Comicsalon, weil ich das auch mitbekommen hatte. Ich fand den Zeichenstil gut und so und ich fand es auch Fantasy-Geschichte hat mich natürlich angesprochen, habe gute Sachen drüber gehört und habe den dann gekauft und habe den damals angefangen zu lesen und nicht zu Ende gelesen. Und zwar nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, den lese ich nicht zu Ende, ich werfe ihn in die Ecke, sondern manchmal liest man halt Comics nicht in einem Rutsch durch, sondern bis zu einem bestimmten Punkt. Dann habe ich ihn ins Regal gestellt und habe ihn nie wieder rausgenommen, um ihn zu Ende zu lesen in den Jahren, weil ich auch beim ersten Lesen schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der Erzählweise hatte, die ich jetzt auch beim zweiten Lesen und beim diesmal komplett Lesen auch wieder hatte. Und da hole ich jetzt nochmal so einen Schwung weit aus, weil ich das ganz spannende, einen ganz spannenden Vergleich finde. Wir haben den Comic auch auf, also ich mache ja den Instagram-Kanal, ich habe den auf Instagram angekündigt gehabt und weil ich ja auch weiß, dass ich so viele Dinge gelesen habe, viele gut fanden, auch immer so gefragt nach Feedback und die Ariane von Nerd mit Nadel, Blog und Drei Frauen in Comics hat darauf auch geantwortet und eben gemeint, ja, liebt den Comic total und hat eben damals auch auf ihrem eigenen Blog so davon geschwärmt und so. Und dann habe ich mir den Blogartikel auch durchgelesen und fand es total spannend, dass wir haben, ich glaube, wir haben beide die gleichen Beobachtungen gemacht in dem Comic, haben aber unterschiedliche Sichtweisen auf das Ganze gewonnen und bei mir ging es zum Beispiel, also mir ging es so, um es mal konkret zu machen, ich fand den Comic teilweise sehr wortlastig, also gerade so Beschreibungstexte, die für mich überflüssig waren. Ariane hat sich mehr konzentriert auf die Seiten, die eben mit sehr wenig Text ausgekommen sind und hat das in ihrem Blogbeitrag als positiv herausgestellt, dass der Comic eben mit sehr wenig Worten auskämmt und ganz toll eben einfach nur so mit Zeichnungen erzählt und diese Seiten sind auch drin in dem Comic, aber für meinen Geschmack sind eben zu viele Seiten drin, die sehr viel Text drauf haben und da hatte ich dann den Eindruck und das ist etwas, was ich nicht beantworten kann, da ich nur noch selbst keine kleinen Kinder habe, ich fand den sehr, sehr kindlich erzählt und dachte mir dann eben, vielleicht ist der eben vielleicht doch was eher für Kinder als er für mich ist. Ich weiß, dass es ganz vielen anderen erwachsenen Menschen anders ging, offensichtlich hatten ja sehr viele Leute sehr, sehr viel Spaß damit, mir kam es sehr kindlich vor, ich fand auch etwas, was Ariane herausgestellt hat, so diese Charakterstärke und überhaupt diese Stärke der Figur Masu, habe ich nicht so empfunden. Ich fand, sie hat eine gewisse Sturheit, dass sie sich von ihrer Mission nicht abbringen lässt, aber darüber hinaus hatte ich nicht den Eindruck, dass sie wirklich groß was macht oder was schafft in dem Comic. Also es war mehr so, ja, so fast so ein bisschen wie Bilbo Beutlin im Hobbit, ich bin dann mal ohnmächtig, während alles andere um mich herum passiert und dann ist die Geschichte aber auch irgendwie zu Ende und so richtig viel habe ich nicht dazu beigetragen. Und das hatte ich bei Masu so teilweise auch so ein bisschen mit drin, gerade dann eben auch gegen Ende, dass ich so das Gefühl hatte, so richtig die Stärke der Figur, die andere da beschreiben, kommt bei mir nicht so richtig an und ja, also ich hatte jetzt nicht so den großen Lesegenuss dabei. Ich fand es gut, hatte aber den Eindruck, dass es nicht für mich ist, sondern eher für eine jüngere Leserschaft. Patrick, jüngere Leserschaft, das ist ja eigentlich ein ganz guter Punkt, weil es ja ein bisschen so ein Spagat macht zwischen auch mal düster, auch mal vielleicht ist unsere Protagonistin mal auf sich gestellt und muss sich erstmal orientieren, mit wem sie jetzt gerade zu tun hat und so. Aber auf der anderen Seite ist das, was der Andi sagt, ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es halt vielleicht nicht die düstere, erfahrene, vielleicht wirklich gewohnte Fantasy-Zielgruppe hat. Was meinst du, für wen ist das vielleicht der richtige Comic? Ich fand, der Comic hat wirklich, wie es Andi schon gesagt hat, so einen schwierigen Spagat. Teilweise erzählt er sehr viel schön ohne Text und dann kommen diese ganzen Textboxen und dann hast du auch so dieses kindlich naive. Also du hast wirklich extrem viele niedliche Charaktere. Dem steht dann aber zum Kontrast, dass es teilweise eine sehr tragische Story ist, eine sehr frustrierende Story ist. Also mir wird es auch schwer fallen, das Ganze zuzuhalten. Aber ja, wenn man Fantasy-affin ist, ist es schon eher was für die kindliche Generation, also mehr für Kinder geeignet. Also gerade auch die Optik, die sagt eigentlich Kinder-Comic. Ich finde nur teilweise sind dann die Töne manchmal ein bisschen zu düster, manchmal ein bisschen zu traurig. Also hast du nicht geweint während des Lesens? Nö. Nö. Ich finde es gar nicht so einfach. Also letztlich glaube ich, ist es vor allem deshalb ein toller Comic, den man empfehlen kann, weil er letztlich auch ein toller Einstiegs-Comic ist. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fantasy-Fan, aber ich habe überhaupt gar kein Problem mit diesen Fantasy-Aspekten hier in diesem Comic gehabt. Was gut ist, finde ich toll. Ich persönlich mag es, deutsche Artists zu unterstützen, weil ich die auch mal persönlich irgendwo treffen kann und mit denen mal einen Käfig trinken kann. Das finde ich auch toll. Ich finde, er sieht hübsch aus, also schön aus. Er ist ausgearbeitet. Ich mag die Farben. Ich mag generell auch, wie sie durch verschiedene Settings und Atmosphären springt, wie es Waldsettings gibt, die einfach toll aussehen, wie es Nachtsettings gibt, wie es aber auch generell auch gruselige Stories gibt oder zumindest Aspekte gibt, die sich im Artwork für mich widerspiegeln. Und ich glaube eben auch, dass es ein guter Einstiegscomic für eine junge Lesendenschaft ist. Und allein das ist, finde ich, Grund genug, den hier und da mal irgendwie irgendwo zu empfehlen. Ob er jetzt unbedingt das gerade neu erfindet, das weiß ich nicht und das muss er vielleicht auch nicht unbedingt. Aber wenn man halt generell einfach erstmal festhalten möchte, dass es vielleicht nicht genug Geschichten gibt, in denen Frauen und insbesondere junge Frauen, also Mädchen, irgendwie Protagonistinnen sind und die auch ein wirkliches Abenteuer erleben und so, also auch ein, ja, vielleicht sogar Action-Abenteuer erleben, wenn man das so für sich feststellt, dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Alternative oder ein gutes Mittel, einfach um solche Geschichten zu haben. Und ja, ich finde es toll auch, dass der hier offensichtlich immer noch wie geschnitten Brot geht auf den Messen. Lieber Breedstorm, wenn du vielleicht so eine Art Fazit ziehen möchtest und vielleicht auch mal aufs Artwork gucken, du hast ja auch einiges gelesen, ich denke Fantasy ist dir auch nicht ganz unbekannt. Wie siehst du denn hier diesen Fantasy-Aspekt? Können da vielleicht auch Alteingesessene, können die auch was für sich hier aus diesem Comic nehmen? So, ich glaube Fans von High Fantasy sind dann doch etwas anderes gewöhnt, aber das ist auch gar nicht die Zielgruppe, die wollen nicht die Splitter-Fantasy-Leser angraben, sondern die wollen ja Leute, die eine starke weibliche Figur haben, die dieses Niedliche in ihren Zeichnungen auch so ein bisschen darstellen können und das wollen die. Was ich noch ergänzen möchte, ich habe tatsächlich von der Ines Kort 2018 auch den Band gekauft und habe die interviewt in Erlangen auf der Wiese hinterm Zelt und das Ganze ist zu hören in Comic Cookies Episode 72 Erlangen Teil A. Da ist das Interview mit der Ines Kort drauf, wo sie selber so ein bisschen was dazu erzählt. Das wird ganz gut passen, wenn ihr diese alte Episode mal hört und einfach mal hört, was die Autorin und Zeichnerin selber dazu sagt. Dann habe ich von ihr noch gelesen Zwei Schwestern, weil mir das Masu ja sehr, sehr gut gefallen hat. Das hat für mich nicht ganz das Level von Masu erreicht, das aber hatte auch diese Melancholie, die wir hier schon beschrieben haben, auch ganz gut vertreten, war auch so leicht Fantasy mäßig und ja, also ich würde es empfehlen. Sehr gut, das ist ein schönes Fazit. Was ich vor allem auch beeindruckend fand, wie sie mit diesen paar Strichen beziehungsweise mit dem Minimalismus diverse Völker, diverse Kreaturen dargestellt hat. Das fand ich wirklich gut gemacht. Und wie sähe dein Fazit aus? Ja, ich war auch positiv überrascht. Es hat für mich vielleicht ein bisschen kürzer sein können, weil es dann ein bisschen repetitiv war, weil sie immer wieder gesagt wurde, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht und sie hat dann trotzdem gesagt, ja doch, ich schaff's schon. Erst ab der Wolfsmutter hat sie dann quasi eine halbwegs kompetente Gefährtin bekommen, die sie dann drüber hinweg, die er über dies Ganze hinweggeholfen hat. Und erst da hat das für mich so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Deswegen für mich hat so diese, dieses Emanzipatorische dann doch gefehlt, auch wenn ich die Aussage mit dem Schwert wirklich nett fand für einen Kindercomic, also nur weil sie ein Schwert dabei hat, muss sie es nicht benutzen. Das fand ich schon nett. Also wirklich ein süßer Comic für eine leicht erfahrene Generation, also für leicht erfahrene Kinder. Ich würde das nicht als den ersten Kindercomic geben, da würde ich ihr sowas wie Hilda geben, aber auch das ist ein schöner Kindercomic. Alles klar, Andi, wie sieht's da aus mit deinem finalen Fazit? Ja, da kann ich groß was anderes sagen, als ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube auch, dass das für eine jüngere Leserschaft echt ein schöner Comic ist, also zeichnerisch fand ich den auch toll. Ich finde die Gestaltung der verschiedenen Völker sehr schön, also tolles Charakterdesign, du hast die Farbgebung erwähnt, auch das Buch an sich, also die Machart, auch das Papier und so ist total schön, tolles Cover, also es ist echt ein schönes Ding. Wie gesagt, nur eben erzählerisch fand ich es für mich, für meinen Lesegeschmack nicht erwachsen genug. Einfach nur von der Form her, vom überflüssigen, also für meinen Empfinden überflüssigen Text. Ja. Prima, ich würde mich auch noch wiederholen, schließe mich meinen Kollegen an, ich denke, das hier ist eine Empfehlung, zumindest im Grunde nach, vor allem für ein junges Publikum. Wir freuen uns auf alles, was die Ines vielleicht demnächst noch so präsentieren mag und wir sind auch sehr gespannt, ob Masu weiterhin noch in diesen großen Stückzahlen verkauft wird, in der Hoffnung, dass da keine Ahnung, wie viel Auflage noch kommen mag. Danke, liebes Publikum, ihr seid herzlich eingeladen, wie immer, auch zu kommentieren, ob euch Masu gefallen hat, ob das ein Comic ist, der auch in eurer Bubble, die vielleicht ein anderes als die unsere, auch so gut angekommen ist und ob ihr ihn generell gelesen habt. Das würde uns alles sehr interessieren. Folgt uns wie immer, ich habe es vorhin schon erwähnt, auf Social Media oder in den Chatgruppen auf Signal und Telegram. Und dann haben wir für heute diese Ausgabe fast beendet, denn es kommt noch eine Sache, von der wir uns überlegt haben, dass wir sie versuchen wollen, regelmäßiger mit einzubauen, denn Patrick, du warst unterwegs mit deinem Aufnahmegerät, ne? Bingo. Ja, also wir haben jetzt, nachdem wir mal letztens Feedback im T3 bekommen haben, wurden wir dazu inspiriert, vielleicht Comic-Shops mal Empfehlungen aussprechen zu lassen. und da bin ich als erstes zum Comic-Laden Extra-Books gegangen, wo der Legende eine Zeit lang gearbeitet hat, wo ich auch mal gearbeitet habe und da wurde uns eine Comic-Empfehlung ausgesprochen und wir versuchen das mit diversen Comic-Shops jetzt immer wieder mal hinzukriegen, da was aufzunehmen. Genau, also Comic-Empfehlungen von Menschen, die Comics verkaufen und die viele Comics verkaufen, die also zumindest einen guten Überblick haben und vielleicht kommt das demnächst hier regelmäßiger vor. Bei den Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast der guten Laune. Lieber Breedstorm, lieber Andi, lieber Patrick, es war mir eine wahre Freude, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, bis zum nächsten Mal, tschüss. Radio. Ciao. Nighty. Eine Comic-Empfehlung aus dem Comic-Laden und zwar November, das erscheint bei Schreiber und Leser, das ist so ein Noir-Krimi und es hat mich sehr an die Sachen von Tarantino erinnert. Das ist von einer Erzählstruktur sehr verschachtelt und grafisch so ein bisschen wie Stray Bullets von David LaFam, so ein sehr rauer Zeichenstil. Also wenn man Bock auf so einen düsteren Thriller hat, November ist jetzt mit dem zweiten Band abgeschlossen. Welche Comic-Laden? Äh, Comic-Laden Berliner Straße, das ist Comic-Laden Extra Books. Lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Untertitelung des ZDF, 2020